Herzlich Willkommen auf der Baustelle Elternarbeit. Wir möchten heute herausfinden, wie man dieses doch recht fragile Gebäude auf ein stabiles Fundament setzt. Dazu möchte ich ganz herzlich unseren heutigen Gast begrüßen, Andreas Ebenhül. Er ist Experte für Kita-Management, Kommunikation und Teambuilding. Er hat zehn Jahre Erfahrung als Kita-Leitung, ist Gründer der Kita-Helden, einer der größten Kita-Fachkräfte-Communities in Deutschland und teilt sein Wissen sehr gerne auf diversen Kanälen und Plattformen, auf YouTube, in Social Media, hat einen Podcast dazu, den ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte. Und ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag, Andreas. Ich darf jetzt noch ein paar organisatorische Details sagen und dann gehen wir schon in den inhaltlichen Teil über. Ganz kurz zum Programm. Wir sind ja schon mitten bei der Begrüßung. Gleich wird dann Andreas mit seinem Impulsvortrag über die Baustelle Elternkommunikation beginnen. Das wird in etwa eine halbe Stunde dauern. Es wird eine sehr intensive halbe Stunde. Deshalb haben wir auch danach eine ausführliche Q&A-Session dafür reserviert. Also wir haben circa 20 Minuten, ein bisschen mehr Zeit für alle Ihre Fragen. Sie können uns die schon gerne während des Vortrags stellen. Aber dazu möchte ich gleich auf der nächsten Folie noch eingehen. Sie dürfen sich jetzt gerne zurücklehnen. Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie bekommen in den nächsten Tagen ein Mail von uns. Da finden Sie einen Link zur Aufzeichnung und auch ein Handout mit den wichtigsten Punkten, die heute besprochen wurden. Falls Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, können Sie sich gerne auch an uns wenden. Einfach an Marketing at Fox Education und wir stellen eine Teilnahmebestätigung aus. Falls Fragen auftauchen können, können Sie die gerne schon während dem Webinar an uns richten. Sie finden am unteren Rand Ihres Zoom-Fans eine sogenannte F&A-Box. Da bitte einfach mal die Fragen an uns schicken. Wir gehen dann danach im Anschluss an den Impulsvortrag auf die einzelnen Fragen ein und ich werde versuchen, die Fragen im Laufe des Webinars ein bisschen zu klastern und dann mit dir, Andreas, gemeinsam zu moderieren. Und bevor wir uns jetzt geistig sozusagen die Bauhelme aufsetzen, habe ich noch eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet. Mir geht es um zwei Fragen. Wir möchten zum einen wissen, ob Sie bereits mit Kids Fox arbeiten und was die größten Herausforderungen in der Elternkommunikation vor allem jetzt in der, sage ich jetzt mal, schwierigen Jahreszeit in Herbst und Winter sind. Ich werde die Umfrage jetzt starten und ein paar Minuten offen lassen. In der Zwischenzeit darf ich an dich übergeben, lieber Andreas. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf den Vortrag und freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. So, ich starte mal die Umfrage. Und du machst mich gleich groß, oder? Ich bin so winzig, ich muss größer werden, damit ihr mich in voller Schönheit seht. So, Achtung, hinsetzen, anschnallen, los geht's. Einige von euch da draußen, die mich noch nicht kennen, die denken sich jetzt wahrscheinlich so, what? Was ist das für ein crazy Dude? Bleibt das jetzt die ganze Stunde so? Ja, ist das nicht herrlich? Es bleibt die ganze Stunde so. Ich habe keinen Bock auf langweilig, wir machen hier geil. Muss nicht bedeuten, dass ihr mich mögt, sondern es geht ja auch um etwas viel Wichtigeres als mich, sondern es geht um das Thema Elternkommunikation. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz abholen. Wir gehen von ganz vorne los und hangeln uns dann so durch, gehen so durch den Urwald und hacken uns da so ein bisschen frei und am Ende werde ich euch ausstatten mit ein paar sehr coolen Tools, Tipps, Tricks, Skills, Moves, alles, was ihr braucht, damit es halt einfach gut wird und zwar in eurem Sinne, nicht in meinem. Ich werde euch ein bisschen partizipieren lassen bzw. teilhaben lassen an meinem Fundus, habe ja selber 20 Jahre in der Kita gearbeitet, davon ganz genau die letzten zehn Jahre als Kita-Leitung bis 2019, bin zum Glück ausgestiegen vor Corona. Aber nein, ich wusste nicht, dass Corona kommt und ich bin überhaupt nicht neidisch, dass ihr jetzt in der Kita arbeitet und jetzt der Herbst, Winter kommt. Nein, ich bin nicht neidisch. Los geht's. Wir fangen an mit den vier großen, den elementaren Kita-Helden-Fragen, die in Punkten Kommunikation unerlässlich sind. An der Stelle schon mal einen kleinen Impuls für euren Werkzeugkasten. Es ist total wichtig, dass wir aufhören, funktional zu arbeiten. Heißt also in der Kita, dass wir irgendein Thema haben wie Ernährung, Schutzkonzept, Notfallplan, Kommunikation, das Bild vom Kind, Resilienz, Partizipation, bedürfnisorientierte Erziehung, Bildung, Entwicklung, was auch immer. Das sind alles Funktionen, die wir errichten und dann wundern wir uns kurze Zeit später, dass es überhaupt nicht so klappt oder nicht so umgesetzt wird, wie wir das gerne hätten. Und deswegen bin ich ein Fan davon, dass wir einen Schritt weiter früher, also vorher anfangen. Und da fangen wir jetzt gemeinsam an für diesen Vortrag der Elternkommunikation. Frage Nummer eins der vier großen Kita-Helden-Fragen ist, wer bin ich? Ja genau, es geht um, wer bist du? Wenn du eine gute Elternkommunikation möchtest, und was heißt hier gut? Gut für dich und gut für die Eltern und gut fürs Klima, gut für die ganze Kita, gut für die Community, für wen auch immer, ist es total wichtig, dass wir mit uns beginnen. Also erstens, wie spreche ich überhaupt mit mir selber? Der innere Dialog, kennt ihr das? Mache ich mich ständig fertig? Bin ich super kritisch mit mir? Sehe ich immer nur das Schlechte? Oder bin ich auch sehr liebevoll, herzlich, sehr einfühlsam mit mir selbst? Und so, wie spreche, wie kommuniziere ich mit mir? Und dann natürlich auch nach draußen? Wie kommuniziere ich nach draußen? Und wofür nutze ich die Kommunikation? Geht es hierbei um Beziehungsaufbau? Geht es einfach nur darum, Informationen zu transportieren? Das ist total wichtig, dass wir das in erster Linie für uns klären. Wie sprechen wir mit uns selbst? Wie sprechen wir mit den anderen? Und worum geht es denn eigentlich? Dann ist es natürlich wichtig, das zu wissen, dass unsere Kommunikation auf unseren Werten basiert. Also auf unserem Menschsein. Was für ein Charakter? Was für eine Personality bist du? Und genauso kommunizieren wir. Wisst ihr, ich habe hier mal den Zauberstab von Harry Potter. Den kann man jetzt gar nicht so richtig sehen, glaube ich. Der wird hier so weggeblendet. Also, ähm, ah, guck mal hier. Ja, ja, hier. So, so muss ich das machen. Hier ist der Zauberstab von Harry Potter. Und genauso ist das mit der Kommunikation. Die Kommunikation ist ein Zauberstab. Entscheidend ist nicht der Zauberstab. Entscheidend ist der Zauberer, die Hexe, der Mensch, der ihn verwendet. Wir können uns zwar alle auf eine gute Kommunikation einigen. Aber letztendlich machen wir ja selbst das daraus, was wir sind. Von daher ist es wichtig, dass wir in der Kita erstmal mit unserer Haltung, mit unseren Werten arbeiten, auch mit unseren Prinzipien. Dass wir ein Stück weit auch Biografiearbeit machen und gucken, okay, wo komme ich eigentlich her? Was für ein Mensch bin ich? Was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Und wenn wir verstehen, wer wir wirklich sind und auch, wer wir gerne wären oder sein wollen, dann verstehen wir auch, die Kommunikation einzusetzen. Dann kriegen wir auch genau die Kommunikation, die zu uns und unserem Charakter passt. Immer dann, wenn wir mit Werkzeugen arbeiten, die nicht zu unserer Personality passen, dann wird es nicht funktionieren. Und ihr kennt das. Ich bin ja auch jetzt nicht der große Weise, der vom Berge herabsteigt und euch die große Wahrheit verkündet. Ich bin nur ein Typ, habe eine Wahrheit von vielen Wahrheiten. Ich bin der, der euch nochmal daran erinnert. Das ist mein Job. Der nächste Punkt unter der großen Frage, wer bin ich, ist, werden wir wohlmöglich gesteuert? Wird die Kommunikation, die wir anwenden, gesteuert? Zum Beispiel von Traumata, von Verletzungen, von Schuld und Scham, von einem schlechten Gewissen. Das sind alles Dinge, die kennt ihr. Dann seid ihr in einer Situation und ihr wollt jetzt loslegen. Ihr wollt gegenüber den Eltern souverän sein. Ihr wollt stolz auf euch sein. Ihr wollt mutig sein, die Dinge auf den Punkt bringen. Und dann gelingt es euch nicht. Dann ist plötzlich, sind die Worte weg. Plötzlich ist dieses Gefühl, diese Überzeugung weg. Und ihr schwimmt. Ihr fangt an, euch unsicher zu fühlen. Und dann sagt ihr wohlmöglich Dinge, mit denen ihr selber nicht einverstanden seid. Oder ihr lasst euch triggern und werdet sehr schnell sehr laut oder sehr leise. Sagt Ja, obwohl ihr Nein meint. All das sind Dinge, die können wohlmöglich sehr stark beeinflusst werden durch das, was wir selber mal erlebt haben. Also durch die Traumata, die wir wohlmöglich haben, durch die Verletzungen, die uns auch zugefügt wurden in puncto Kommunikation. Aber natürlich auch die Dinge, die einfach da sind, wie Schuld und Scham. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht. Ich reiche nicht aus. Ich müsste besser sein. Der ganze Druck, den Stress, den wir uns machen. Und natürlich nimmt das einen massiven Einfluss auf unsere Kommunikation. Alleine durch den Druck, den Stress, den wir uns machen, produziert das Gehirn mit den Nebennieren jede Menge Kordisol und Adrenalin. Und Kordisol und Adrenalin legt sich über unser komplettes Repertoire. Stellt euch vor, ihr habt ja schon Werkzeuge, um gut zu kommunizieren. Aber jetzt, ne, nimmt das Gehirn, spielt euch da einen Streich, produziert jede Menge Kordisol und Adrenalin, weil ihr so aufgeregt seid, so angespannt, so nervös, euch selber so viel Stress macht und Druck macht oder euch Druck machen lasst. Und schwuppdiwupps ist euer Repertoire unter einer großen Glocke. Ihr habt gar keine Chance mehr, an all diese Werkzeuge ranzukommen. Und am Ende bleibt natürlich auch sowas wie, wie selbstbewusst bist du eigentlich, wenn du eine gute Kommunikation willst, was auch immer gut bedeutet. Das haben wir noch nicht geklärt. Das werden wir später klären. Wie selbstbewusst bist du? Wie selbstwertig bist du? Bin ich ein wertiger Mensch? Und fühle ich das auch? Sage es mir nicht nur, sondern ich weiß, ich bin was wert. Wir sind alle als Menschen gleichwertig, egal welche Funktion wir haben, egal welche Hierarchien in unserem Unternehmen und unserer Kita aufgebaut ist. Wir sind gleichwertig. Und das dürft ihr fühlen und spüren. Und damit dürft ihr auch in Gespräche, Meetings, in Diskussionen, Konflikte, was auch immer reingehen. Auch die Selbstsicherheit. Kann ich da sehr selbstsicher reingehen? Oder was hindert mich daran, eigentlich mich sicher zu fühlen? Werde ich wohlmöglich getriggert durch irgendwie eine körperliche Präsenz? Macht mir der andere Angst oder macht mir das, was er tut, Angst? Erlebe ich wohlmöglich durch seine Lautstärke, Gewalt und habe vielleicht selber als Kind Gewalt erlebt und merke sofort, wie ich in Angriff gehe oder wie ich ganz dicht mache und wie ich wieder ein kleines Kind werde. Und dann verliere ich mich in irgendeiner Dunkelheit und bin überhaupt nicht mehr in der Lage, wirklich zu reagieren. Und fünf Minuten später, das kennt ihr, dann seid ihr aus der Situation draußen und dann ärgert ihr euch maßlos und fragt euch, wie konnte das denn schon wieder passieren? Ich war doch gut vorbereitet. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin doch eigentlich ein selbstsicherer, ein starker Mensch. Ja, vielleicht sind wir da manchmal gesteuert von Dingen, die unterbewusst laufen. Das kennt ihr ja. Und am Ende die Selbstwirksamkeit. Wie wirksam will ich denn sein in der Kommunikation? Worum geht es mir? Was brauche ich für mich? Was brauche ich für den anderen? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Und wenn wir gleich zur nächsten Frage gehen, stellen wir uns vorher nochmal solche Einzelfragen. Die könnt ihr euch einfach einpacken und dann in einer Teamsitzung mal miteinander aufmachen und analysieren. Zum Beispiel, mag ich eigentlich Erwachsene? Das ist jetzt scheinbar eine witzige Frage, aber tatsächlich erlebe ich das in ganz vielen Kitas, dass sehr viele Kita-Fachkräfte zwar unheimlich gerne und gut mit Kindern arbeiten oder mit Kindern zusammen sind, aber nicht so gerne mit Erwachsenen. Jetzt besteht unser Job aber zu 40 Prozent aus Erwachsenenbildung. Das glauben wir ganz oft gar nicht. Wir denken ja, das ist 80, 90 Prozent die Arbeit mit den Kindern. Nein, 50 Prozent arbeiten wir von unserer Gesamtzeit mit den Kindern. Die anderen 40 Prozent, also 10 Prozent, die klammern wir aus. Da 20 Prozent, das ist Administration. Das kennt ihr. Portfolio, Dokumentationen, Vorbereitung etc. Aber 40 Prozent unserer Gesamtarbeitszeit investieren wir in Erwachsenenbildung. Das heißt, wir sprechen mit den Eltern, mit dem Träger, mit dem Hausmeister, der Küchenkraft, mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Teamsitzungen, wir haben Kleinteamsitzungen, wir haben Einzelvorbereitungszeiten, Elternabende, Türenangelgespräche. Ihr merkt, das ist alles Erwachsenenbildung. Und wenn wir Menschen in einem Team haben, die keinen Bock auf Erwachsene haben, denen es auch gar nicht gut geht, die auch überhaupt nicht mit Erwachsenen kommunizieren können oder wollen, dann wundert euch nicht, dass es gar nicht funktioniert. Und deswegen sage ich an der Stelle, Achtung, ich warne vor dieser funktionalen Arbeit. Alle einigen sich im Team auf eine gute Elternarbeit, aber nur, weil man sich auf etwas geeinigt hat, heißt das noch lange nicht, dass es genauso wird, weil wir einfach gesteuert werden. Zum Beispiel davon, mit welchen Menschen wir gerne arbeiten. Und wenn Erwachsene nicht dazugehören, dann haben wir in der Kita ein Riesenproblem. Das andere ist natürlich, wie geht es mir mit Kritik? Auch das könnt ihr mal aufmachen in der Teamsitzung. Was ist denn das eigentlich Kritik? Wenn ich jetzt der Anna sage, hier, Anna, kriegst du das nicht mal mit der Seite her, also kannst du nicht mal mich einfach hier groß machen? Wieso sehe ich denn dich eigentlich? Setz dich doch bitte vorher hin, mach ein Übungsseminar, schau, wie funktioniert das Ganze und dann weißt du Bescheid, wenn es dann soweit ist. Jetzt kann es sein, dass sie das persönlich nimmt. Jetzt kann es aber auch sein, dass Anna zu den Menschen gehört, die sagt, ey, ich liebe Kritik. Für mich ist Kritik ein Geschenk. Warum? Weil ich mir was wert bin. Ich habe Bock, mich zu entwickeln. Ich will weiterkommen in meinem Leben. Und wenn alle nur lieb und nett sind und mir nie die Wahrheit sagen, nie ehrlich sind, mir niemals sagen, was ich nicht hinkriege oder wo ich es einfach mal verkackt habe, wie will ich dann wachsen? Und ihr seht, das sind ganz unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen. Deswegen müssen wir auch mal gucken, wie kritikfähig bin ich und wie kritikfähig will ich sein? Und ist Kritik eine Bürde, also ein schwerer Rucksack, unter dem ich leide, oder ist Kritik ein Geschenk? Es könnte sein, und ich bin mir fast sicher, bei Anna ist es ein Geschenk, weil sie einfach besser werden möchte. Aber sie erlebt es dann auch als Geschenk und nicht als Bürde. Das haben wir ja manchmal auch, nicht Achtung, nicht pauschalisiert, manchmal bei den Eltern. Man weiß gar nicht ganz genau, ist das Kind, das sie jetzt haben, eine Bürde oder ist es ein Geschenk? Denn so wie sich Eltern manchmal verhalten, dass sie ständig dauerangestrengt sind, dauergestresst, mit dem Kind auch sehr laut, sehr intensiv umgehen, wirkt es manchmal, wie als wäre das Kind der Grund, dass die Eltern nicht das Leben leben können, das sie eigentlich leben wollten. Dann wirkt es, Achtung, es wirkt, es ist nicht so hoffentlich, es wirkt, wie als wäre das Kind ein Störfaktor, ein Erschwernis, eine Bürde. Dabei ist es ja ein großes Geschenk. Aber das muss ich auch so wahrnehmen wollen, ganz wichtig. Und wie geht es mir in Konflikten? Auch das ist eine wesentliche Sache. Ich kürze ein bisschen ab, damit wir auch alles schaffen, was ich hier auf meiner Liste habe. Also, bin ich jemand, der Konflikte scheut? Bin ich ein harmoniesüchtiger Mensch? Möchte ich am besten, dass immer alles lieb ist und alles sanft und alles herzlich und bloß keine Streitigkeiten, keine Missverständnisse und Konflikte? Dann werden wir auch gar nicht zusammenfinden, weil das Leben besteht immer aus Sonnenschein und Nacht und Schatten. Und genauso ist das im Leben. Es besteht immer aus Lachen oder aus liebevollen Worten und aus Zank und Streitigkeit. Das gehört einfach dazu. Dann gehören natürlich auch so Sachen dazu, wie bin ich ein glücklicher Mensch? Das wisst ihr ja selber. Wenn ihr nicht glücklich seid, dann leidet eure Kommunikation darunter. Und deswegen finde ich es total wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, bin ich erfüllt? Habe ich meinen Sinn im Leben gefunden? Bin ich ein glücklicher Mensch und mag auch mein Glück an andere weitergeben? Denn wenn ich, und das haben wir ja manchmal in Kitas, Leute, die sind so permanent schlecht gelaunt. Aber gut, wir haben ja hier jetzt kein Mitarbeiterseminar sozusagen, brechen mal die Teamsitzungen auf, sondern es geht ja um Elternkommunikation. Aber wir haben halt auch oft Leute im Team, die sind so permanent angestrengt. Permanent ist so eine düstere Regenwolke über denen und natürlich fällt es denen dann auch schwer, fröhlich oder sagen wir mal positiv zu kommunizieren. So, wir kommen zur zweiten großen Kita-Heldenfrage, nämlich ja, was willst du denn überhaupt? Worum geht es dir denn? Also möchtest du zum Beispiel Beziehungen zu den Eltern? Auch da kann ich euch konkreten Beispiel nennen. Ich habe einige Kita-Fachkräfte, die sagen, ja, seit Corona ist mega geil, da bleiben die Eltern draußen. Ja, das ist wie bei einem Drive-In. Vorher sind in die Kita gekommen, das hat genervt, dann haben die immer irgendwas gesagt, irgendwas gesehen. Wir wollten gar nicht mehr, dass die reinkommen. Bleibt bloß draußen. Gebt euer Kind am besten durch so ein Fenster ab. Wir nehmen das dann an und dann ihr bleibt draußen. Dann haben wir unsere Ruhe für euch. Das heißt, hier sind wohl möglich Kita-Fachkräfte, die überhaupt gar keine Beziehungsebene zu Eltern suchen. Und wir in Deutschland sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern aufzubauen und zu gestalten. Also die freie Entscheidung, ob ich jetzt das mache oder nicht, habe ich in Deutschland gar nicht. Ich bin dazu verpflichtet, das zu tun. Aber Wunsch und Wirklichkeit, ihr wisst es. Es gibt halt auch einige, die sagen, nee, ich will eher auf Distanz mit den Eltern. Ich habe gar keinen Bock auf eine gewisse Nähe. Auch da kommt es nochmal drauf an. Die Kommunikation hängt auch davon ab, in welchem Setting ich arbeite. Dazu kommen wir später nochmal ganz kurz. Bin ich in einer Elterninitiative? Bin ich in einer Betriebskita? Bin ich in einer öffentlichen großen Kita? Keine Ahnung, in Berlin war ich vor kurzem 16-gruppige Kita. Und natürlich ist die Kommunikation dann nochmal eine ganz andere als zum Beispiel in einer Elterninitiative oder in einer Waldgruppe. Dann ist es wichtig, herauszufinden, bin ich eher der Harmoniemensch oder bin ich auch mal bereit, einen Konflikt zu riskieren? Also bin ich bereit, ein Risiko einzugehen? Wenn ich immer nur Harmonie möchte, dann kann es sein, dass ich einfach viele Dinge gar nicht anspreche, unter denen ich dann später leide oder auch mein Gegenüber später leidet. Also auch hier die Eltern, weil beide sich nicht trauen, etwas anzusprechen, weil der eine Angst hat vor Konflikten und die andere, die Mutter zum Beispiel, hat Angst davor, dass du dann mein Kind nicht gut behandelst. Ja, I'm so sorry, aber das sind genau die Ängste, die wir in den Kitas haben. Es gibt viele Eltern, die machen den Mund nicht auf, die sind nicht bereit, etwas zu riskieren, etwas zu sagen, etwas anzusprechen, weil sie Angst haben, dass wir den Kindern irgendwas antun oder dass wir sie vernachlässigen oder dass wir sie dann einfach ignorieren, also dass es den Kindern plötzlich nicht mehr gut geht. Das würde ja niemals passieren. Also in 99,999% der Fälle würden wir sowas niemals tun. Aber die Angst der Eltern ist real und wenn wir eine gute Kommunikation haben wollen, dann müssen wir auch die Ängste ernst nehmen, die in unserer Welt unrealistisch sind, aber in der Welt gegenüber absolut realistisch wirken. Was haben wir noch? Dann verstanden werden und zustimmen. Es ist total wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem einen und dem anderen. Will ich jetzt einfach nur verstanden werden oder will ich, dass der andere mir zustimmt? Und wenn wir das miteinander verwechseln oder vertauschen, dann haben wir direkt ein Missverständnis oder wohlmöglich einen richtig großen Konflikt. Deswegen klärt für euch immer das Ziel. Worum geht es mir jetzt eigentlich? Will ich, dass der andere nur versteht, was ich sage? Oder möchte ich sogar, dass er jenseits des Verstehens auch noch zustimmt? Also mir und meiner Position, meiner Meinung, meinem Urteil, meinem Feedback oder meiner Rückmeldung, was auch immer. Dann ist es wichtig, was will ich? Die zweite große Kita-Heldenfrage befasst sich natürlich auch noch damit. Kann ich das Große und Ganze sehen? Oder versuche ich, mich rauszunehmen? Das bedeutet, wenn ich das Kind verstehen möchte, dann muss ich unbedingt die Welt der Eltern verstehen. Das heißt, Elternkommunikation ist unabdinglich. Ich kann niemals das Kind in Gänze verstehen. Wenn ich die Eltern außen vorlasse, wenn ich die Eltern meide oder wenn ich nicht eintauche in die Lebensrealität der Eltern. Wenn wir also gute Pädagogik, kindgerechte Pädagogik leisten wollen, dann ist es total wichtig, dass wir einen intensiven Kontakt zu den Eltern haben und dass wir uns bewusst darüber werden, in welcher Lebensrealität die Eltern leben. Es geht um das Brückenbauen. Es geht um Beziehungsarbeit. Wenn ich denn ein Mensch bin, der Lust auf Beziehung hat, zumindest zu Erwachsenen. Ja, dann haben wir noch das Thema Elternbeteiligende. Möchte ich Eltern beteiligen? Das kennt ihr auch. Irgendwie ist es total schön, Eltern zu beteiligen, aber wir wollen auch nicht bevormundet werden. Wir wollen nicht, dass Eltern sich einmischen, dass sie wohlmöglich auch noch sagen, wie kann man nur? Mach das doch mal anders. Ich meine, ich gehe auch nicht zu meinem Mechaniker und sage ihm, wie er mein Auto zu reparieren hat. Das macht er von ganz alleine. Ich sage auch meinem Zahnarzt nicht, wie er meine Zähne zu behandeln hat. Das macht er von ganz alleine. Und wir wollen nicht, dass die Eltern zu uns kommen und sagen, so mach doch mal deinen Job so und so. Das machen wir ja auch sonst. Ich komme ja auch nicht zu den Eltern oder zu Anna und sage jetzt hier, pass mal auf. Machst du mal bitte deinen Job bei Kids Fox jetzt bitte so und so? Dann wäre die auch ein bisschen angepisst. Das können wir verstehen. Gleichzeitig ist es total wichtig für sich, die Entscheidung zu treffen. Möchte ich, dass der Gegenüber beteiligt wird an meiner Lebensrealität? Ich liebe das, Eltern zu beteiligen. Ich kann aber auch sehr klar Grenzen setzen. Ich glaube, Achtung, jetzt werde ich euch ein bisschen ärgern und triggern. Das mache ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Dafür bin ich ja auch da. Ich glaube tatsächlich, dass manche Angst haben, Eltern zu beteiligen, weil sie nicht die Grenzen setzen können. Also ich kann Anna beteiligen, kann sagen, pass mal auf, in den und den Bereichen darfst du mitbestimmen. Jetzt sagt die Anna so, ja, es ist ja auch nett von dir, Andreas. Ich möchte aber auch in den Bereichen mitbestimmen und dann kann ich mit einem total guten Gefühl, also mit Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sagen, nein, nein, Anna, nein. Da bestimmst du nicht mit. Ja, ich kann das auch gut aushalten, wenn sie jetzt macht, kann ich total gut aushalten. Ihr seht also, Kommunikation hat nicht in erster Linie was mit dem Werkzeug zu tun. Zauberstart. Kommunikation ist reine Haltungssache und Personality. Das ist Persönlichkeitsentwicklung vom Feinsten. Damit beginnt Kommunikation. Ja, und dann geht es natürlich auch nochmal um Respekt und Wertschätzung. Dazu komme ich später aber nochmal. Und vor allen Dingen, will ich auch gute Laune haben? Will ich Spaß haben an der Elternarbeit? Finde ich das toll, mit den Eltern in einem Austausch zu sein? Und ja, habe ich auch Lust auf diese Veranstaltungen? Ich frage bei meinen Team-Tagen immer oder bei meinen Inhouse-Seminaren, wer von euch macht gerne Elternabende? Der geht bitte jetzt mal auf die Linke oder auf die rechte Seite, ist völlig egal. Geht mal auf eine Seite. Wer hat Bock auf Elternabende? Und die Hälfte bleibt stehen. Ja, die eine Hälfte geht rüber und sagt, ja, Elternabende, das macht mir Spaß. Und die andere Hälfte, nee, habe ich null Bock. Und da seht ihr ja schon, das ist eine Haltungsgeschichte. Ihr könnt da jetzt noch so viel kommunikative Werkzeuge reinballern, wie ihr wollt. Das frustriert euch nur, weil ihr denkt so, hä, ich habe euch doch jetzt alles an Kommunikation gegeben, was ihr wollt. Wieso wird es denn nicht besser? Naja, weil es nicht das Werkzeug ist. Es ist der Mensch, der das Werkzeug bedient. Und die Kommunikation ist nun mal das Werkzeug. Die dritte große Kita-Heldenfrage, gucken auf die Zeit, ja, es passt, ist, was weiß ich denn überhaupt über Kommunikation? Wir hatten, wer bin ich? Oder, ne, wer bin ich ist die erste große Kita-Heldenfrage. Die zweite ist, was will ich? Die dritte große Kita-Heldenfrage ist, was weiß ich? Zum Thema Kommunikation. Da geht es jetzt um, wie viel Ahnung habe ich eigentlich von Psychologie oder von Soziologie oder Sozialpsychologie oder Neurobiologie. Und das sind jetzt mal nur die Wissenschaftsbereiche. Wenn ich mich damit ein bisschen auskenne, dann verstehe ich auch, wie Menschen funktionieren, warum der Mensch ein Mensch ist, was der Mensch braucht, um sich menschlich zu fühlen, warum Menschen Gemeinschaften suchen, aber trotzdem so stark individualisiert sind und ganz oft in ihrem Ego. Also es ist ja fast ein Widerspruch bei den Menschen. Woran liegt es eigentlich? Ständig wollen sie sich selbst gerecht werden, können aber nicht ohne andere. Müssen also dann Teil der Gruppe sein. In der Gruppe geht es ihnen aber manchmal nicht gut, weil dann können sie sich ja selbst nicht gerecht werden. Also müssen sie sich wieder unterordnen. Was sie aber nicht gerne mögen, weil Menschen ja autonome Wesen sind. Merkt ihr das? Und dieses Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Menschsein-Bereichen, sage ich jetzt einfach mal so, das ist total wichtig. Davon muss ich Ahnung haben und dann fällt es mir viel leichter, auch Menschen zu verstehen, sie lesen zu können. Und wenn ich Menschen ein Stück weit lesen kann, mein Gegenüber, dann finde ich auch die passende Sprache, um seinen Planeten zu erreichen, um Brücken zu bauen, wenn ich denn interessiert an Beziehungsarbeit bin. Ich werde es immer mal so neckisch und von der Seite erwähnen, weil ich einfach viele Kita-Fachkräfte kenne, die einfach keinen Bock auf Elternarbeit haben und die könnt ihr zuballern mit Elternkommunikation. Es wird nicht besser werden, weil die keinen Bock auf Eltern haben. Dann natürlich meine Sprache. Also beherrsche ich die deutsche Sprache oder beherrsche ich wohlmöglich viele andere Sprachen, um auch Eltern zu erreichen. Dazu kommen wir später nochmal, weil KidsFox einfach ein saukooles Tool an der Seite hat für euch, um da einfach Sprachbarrieren zu überbrücken. Nichtsdestotrotz bleiben wir bei der Sprache. Spreche ich meine Sprache sehr gut? Kann ich mich gut ausdrücken? Spreche ich die Sprache des Gegenübers? Kann ich auch meine Sprache variieren? Achtung, kleines Beispiel. Wenn ich jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation, ich bin Trainer für gewaltfreie Kommunikation, ich könnte jetzt klassisch für diejenigen, die das kennen, in den vier Schritten zum Beispiel mit einem Vater sprechen. Nehmen wir mal an, dieser Vater ist eher ein einfaches Gemüt, ist vielleicht ein, Achtung, ich will hier nicht pauschalisieren und ich will auch nicht plakatieren oder stigmatisieren. Aber sagen wir mal, er ist aus einem Handwerksberuf und ist eher ein einfaches Gemüt, lebt in einer sehr übersichtlichen Welt und hat eine ganz andere Sprache mit seinen Kumpels, mit seiner Frau. Und wenn ich da jetzt hingehe und sage so, hallo Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Darf ich Sie an dieser Stelle erst mal herzlich willkommen heißen? Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht darf ich Ihnen einen Platz anbieten und einen kleinen Snack. Ich mache Ihnen auch sehr gerne noch einen Kaffee und dann sprechen wir einfach mal über das Gefühl, das Sie haben, als Sie hier in die Kita reingekommen sind. Und Sie dürfen mir einfach noch mal beschreiben, wie das eigentlich für sie ist, Vater zu sein. So, jetzt kann es sein, dass der nur Bahnhof versteht. Der hat gar keinen Bock mehr auf das Elterngespräch. Hier oben steht Error und der denkt sich so, Alter, was redest du hier? Ich verstehe ich nicht. Und dann ist es total wichtig, dass wir unsere Sprache adaptieren können. Also, es geht darum, kann ich mich auf die Sprachkultur meines Gegenübers einlassen und kann dann sagen so, hey, mangenommen, ich könnte den duzen. Herbert, schön, dass du da bist. Pass auf, nimm doch schon mal Platz. Hier, guck mal, such dir irgendeinen Stuhl aus. Willst du einen Kaffee? Ich bin gerade im Kaffee am Durchdrücken. Ich komme dann gleich noch mal. Willst du was essen? Nee? Okay, dann pass auf, ich bin gleich da. Ich gehe noch mal auf die Toilette. Achtung, das ist jetzt ein sehr plumpes, plattes Beispiel, um euch zu zeigen, wie wichtig es ist, wenn ihr gehört und gesehen werden wollt. Wenn ihr wollt, dass der andere sich gehört und gesehen fühlt, dann ist es total wichtig, seine Sprache zu sprechen, weil ansonsten sprecht ihr einfach nur von eurem Planeten und dann ruft ihr rüber auf seinen Planeten, aber der versteht nur Bahnhof. Was haben wir noch? Auch Fachwissen natürlich. Also mir gelingt Sprache oder mir gelingt Kommunikation viel einfacher, wenn ich einfach sau gebildet bin. Aber sind wir mal ehrlich, Leute, wir arbeiten in einer Bildungsinstitution. Wer nicht gebildet ist, hat in einer Kita einfach nichts verloren. Ich meine, das wäre ja auch dann lächerlich, oder? Wenn wir den Eltern und den Behörden und der Gesellschaft da draußen immer wieder signalisieren, hey, eine Kita ist ein Lernort, da sind die Weltveränderer von morgen und ich darf der Weltveränderer für die Weltveränderer sein. Und das in puncto Bildung und zwar in allen Facetten der Bildung. Wenn ich jetzt aber wenig gebildet und auch noch wenig intelligent bin, dann habe ich da schlichtweg nichts zu suchen und sollte mir einfach einen anderen Job suchen. Das ist auch kein Problem. Es gibt ja viele andere Jobs, wo man dann jemanden wie mich womöglich braucht. Ihr merkt, ich ärgere euch so ein bisschen, weil es so wichtig ist. Denn ihr wisst ja, ich erinnere euch daran, wenn es mir an Bildung fehlt und an Intelligenz, dann äußert sich das auch in meiner Sprachkultur, in meiner Kommunikation ist doch völlig klar. Und wenn jetzt Anna mit mir eine fachliche Diskussion führen möchte, dann kann es sein, dass die schnell zu Ende ist oder dass ich sie absurd mache oder dass ich sehr stark emotionalisiere und sage, Anna, aber du denkst auch nur, du hast recht, du hörst mich überhaupt nicht, du bist so gemein, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust mehr. Jetzt mache ich so eine Art Betroffenseins-Status oder ich bin das Opfer und sie ist die Täterin. Einfach nur, weil es mir an Wissen mangelt. Also ich bin nicht auf ihrem Niveau. Ich spiele nicht in ihrer Liga. Und weil das so unangenehm ist für mich, kürze ich Gespräche ab, vermeide Gespräche oder Diskussionen oder einen fachlichen Diskurs, weil ich ja gar nicht mithalten kann. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr geil kommunizieren können wollt, dann müsst ihr euch einfach saugut auskennen in allen Bildungsbereichen, zu denen wir in Deutschland zumindest auch verpflichtet sind. Wir haben ja die Bildungsaufträge in den Bundesländern und die sind ja nicht verhandelbar. So, dann haben wir natürlich noch jede Menge Tools und Werkzeuge. Zum Beispiel habe ich eine Ausbildung als NLP-Master, als GFK-Trainer, also gewaltfreie Kommunikation. Habe ich eine systemische Ausbildung gemacht, eine Mathe-Meo-Ausbildung, einen klientenzentrierten Beratungsansatz, eine Therapieausbildung, eine Coaching, eine Trainerausbildung. Ist ja völlig klar, dass wenn ich diese Tools in meinem Werkzeugkasten habe, dass ich in unterschiedlichen schwierigen Situationen total entspannt bleiben kann. Ja, absolut. Ich hole dann irgendwas daraus, was ich gerade brauche. Jetzt hat Anna wieder irgendein Problem und sie ist vielleicht eher so der blaue Mensch. Jetzt werden wir beim DISC-Modell, wenn euch das was sagt. Also das ist jemand, der ist so Zahlen-, Daten- und Faktenmensch, gar nicht so emotionalisiert, eher fachlich konkret. Die wollen auch eher konkrete fachliche Gespräche führen, auch eher kurzweilige, auf den Punkt gebrachte Gespräche. Na, dann nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen NLP und nehme noch ein bisschen systemisch raus und dann kriegt sie genau das, was sie braucht und ich kriege die Beziehungsarbeit, die ich brauche, damit wir gut miteinander klarkommen. Wenn ich jetzt aber kein Repertoire an Werkzeugen habe, dann kann ich ja nur machen, was ich habe und das wird dann nicht viel und daraus entsteht auch nicht viel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Konflikt gibt oder ein Missverständnis, ist dann sehr groß. So, was haben wir noch? Ja, die vierte große Gliederheldenfrage und dann kommen wir schon zu den einzelnen Punkten, die ich kurz nur erläutere, damit wir, und das ist ja das Spannende später in der Q&A, also der Frage-Antwort-Runde, auf das eingehen können, was euch jetzt unter den Nägeln brennt, was für euch wichtig ist. Dann haben wir zumindest mal alle hier abgeholt und alle auf einen Stand gebracht. Also, die vierte große Gliederheldenfrage ist, was kann ich denn überhaupt? Also, kann ich überhaupt kommunizieren? Beherrsche ich die Worte? Habe ich einen großen Wortschatz? Lese ich genug in meinem Leben? Wenn ich nicht genug lese, dann fehlt es mir wohl möglich an Wörtern und je weniger Wörter ich habe und je weniger Satzkonstellationen ich erschließen kann, desto mehr bin ich gehemmt in meiner Kommunikation. Auch die Phonetik zum Beispiel, wie betone ich die Sprache? Auch hier nur eine Erinnerung, ihr wisst das alles. Mit den Kindern sprechen Kita-Fachkräfte oft ganz wunderbar, das ist ein Zauberland, das ist Nimmerland, da ist Magie und Zauber in der Luft und dann reden sie, oh, und dann habe ich, dann auf einmal kommt aus dem Wald, ihr werdet es kaum glauben. Da sind wir in einem Farbspektrum, der phonetischen Vielfalt, was die Farbe der Worte angeht, der Sprache. Und dann kommen auf einmal Erwachsene, wir tauschen die Kinder gegen die Erwachsene aus und dann kommt so der Blackout und dann wird alles monoton und alles anstrengend und alles so, äh, äh, ähm, also äh, äh, äh. Und dann merkst du schon, okay, das scheint auch einen Unterschied zu machen, ob da jetzt Kinder sitzen, also kleine Menschen oder große Menschen. Und es ist total wichtig, dass unsere Kommunikation unabhängig ist von dem Mensch, der da sitzt und von der Situation, in der ich mich befinde. Denn wenn jeder Mensch und jede Situation einen Einfluss auf meine Kommunikation nimmt und zwar am besten dann noch einen negativen Einfluss, dann wundert es mich gar nicht, dass ich dann oft nicht der Mensch sein kann, der ich gerne wäre, dass ich nicht so kommunizieren kann, wie ich gerne möchte. Auch natürlich meine psychologischen Fähigkeiten, was kann ich da, das hatten wir schon, ähm, auch im Sinne von, bin ich lösungsorientiert? Ihr kennt das von Teamsitzungen, ne? Ihr habt so einen Zettel mit 500 Themen drauf und dann habt ihr eine Teamsitzung von zwei Stunden und ihr schafft gerade mal ein Thema. Und dann ärgern sich am Ende, weil dieses eine Thema kaputt diskutiert wurde und komplett seziert. Und jeder musste seinen Senf dazugeben, ob er eine Ahnung hat oder nicht. Eine Meinung haben sie ja alle, ne? Und das ist irgendwie ein Missverständnis, dass nur weil du eine Meinung hast, du auch dann gleichzeitig Ahnung hast oder dass deine Meinung irgendeine Relevanz hat. Aber gut, diese Missverständnisse haben wir in der Kommunikation relativ häufig, das sehen wir auch gesamtgesellschaftlich, ob im Fernsehen oder wo auch immer, dass da viele sind mit einer Meinung, aber immer nur leider wenig Menschen mit einer Ahnung. Und dann muss man im Team auch mal gucken, okay, woran, was für Maßstäbe setzt man eigentlich? Ja, und dann, was kann ich auch noch in puncto Elterngespräch und Elternabende, wie präsentiere ich zum Beispiel, ne? Ist das sowas langweiliges, auch meine Art und Weise Eltern anzusprechen? Ich habe ja dann manchmal so Fachkräfte, die sagen, hallo, schön, dass sie da sind. Hallo, willkommen in der Marienkäfergruppe. Und jetzt haben wir mal ein paar schöne Bilder von den Kindern. Dann denke ich mir, um Gottes Willen, Alter, ein Elternabend. Achtung, ne? Hier nochmal die Warnung, das ist Andreas-Style. Wenn ihr das nicht wollt, das ist ein psychologischer Supermarkt, nehmt euch das raus, worauf ihr Bock habt. Wo ihr denkt so, nee, Andreas, habe ich keinen Bock drauf, lasst es einfach liegen, ne? In meiner Welt ist ein Elternabend ein Erwachsenen-Event, ein Bildungsevent für Erwachsene. Und nicht für die Kinder. Da redet man auch in Erwachsenensprache, da macht man Erwachsenenthemen. Keine Kinderwachen. Oder gar Bastelabende. Ich habe da manchmal Elternabende rastig ja fast aus. Da wird dann gebastelt. Aber gut, wir sind ja, das machen wir vielleicht später, ne? Elternkommunikation. Wenn ich Eltern ernst nehme, dann lade ich die nicht zu einem Elternabend ein, wo ich ihnen dann ein paar Brezelchen anbiete, eine kleine Apfelsaftschorle und dann wird gebastelt und über das letzte Sommerfest gesprochen. Sondern das ist ein sehr geiles Erwachsenen-Event. Das ist ein kleines Minikonzert für erwachsene Personen mit Erwachsenenthemen. Und dann kommen die auch. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn man natürlich beschissene Elternabende macht, ne? Weil die einfach, ne? Weil es die Präsentation fehlt, die Moderation fehlt. Es fehlt der Spannungsbogen. Es fehlt das Event, der Eventcharakter, der Entertainmentfaktor. Und dann kommen anstatt von 25 Eltern nur fünf. Und dann wird sich beklagt. Ja, die Eltern haben kein Interesse. Naja, stell dir einfach vor, du bist die schlechteste Band der Welt. Wunderst du dich, dass einfach niemand zu deinen Konzerten kommt? Und genauso ist es auch bei der Elternarbeit oder bei Elternabenden. Wenn wir einen geilen Elternabend machen, dann haben die einen Grund zu kommen. Und dann kommen die auch sehr, sehr gerne. Werdet ihr sehen. Ich verspreche euch, schwöre, es passiert genauso. So, das zu den vier großen Gieterheldenfragen. Jetzt gucken wir, was wir noch haben. Und bei der Kommunikation ist es natürlich wichtig, mit wem kommuniziere ich? Kommuniziere ich mit meinem Träger, der Fachberatung, der Leitung, dem Elternvertreter, der Behörde, der Politik, der Gesellschaft. Die sprechen übrigens alle eine andere Sprache. Ja, das nennt man Deutsch. Aber, das ist das Tückische, es ist ein ganz bestimmtes Deutsch. Wenn ich auf eine Behörde gehe oder zu den Politikern, dann macht es keinen Sinn, eine emotionalisierte Sprache zu sprechen, weil die darauf nicht ausgelegt sind. Das ist nicht deren Art und Weise zu verhandeln oder zu diskutieren. Genauso wie, wenn ich zu einem Personaler gehe. Das kennt ihr vielleicht in einem Unternehmen. Oder ich gehe zu jemandem in der Rechnungsabteilung und dann fange ich an mit emotionalisierter Sprache. Das ist bei den Error. Da musst du mit anderen Themen kommen, mit einer anderen Sprachkultur. Da geht es vielleicht viel um Zahlen, Daten und Fakten und du kannst nur gut argumentieren, wenn du in deren Sprache sprichst. Und das ist total wichtig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ständig auf unserem Planeten bleiben. Wenn wir vom anderen was wollen, dann ist der Besucher auf seinem Planeten unabdingbar. Warte, haben wir noch. Punkt 6 hier bei mir ist die Kommunikations- und die Beziehungskultur in der Kita. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Dann hoffe ich, dass wir es schaffen bis 45. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Ich hoffe, das ist okay, Anna. Es passt, oder? Kriegen wir hin. Super. Jetzt geht es darum, die Kommunikations- und die Beziehungskultur in der Kita. Na, was steht denn da bei euch im Konzept? Was habt ihr denn da konkret drinstehen? Habt ihr Bock auf die Elternarbeit? Und wenn ja, wie habt ihr Bock? Wie kommunizieren wir miteinander? Kleines Beispiel dazu. In meinen Kitas habe ich erstmal eine Art Kommunikationskultur, eine Identitätskultur mit der Kommunikation aufgesetzt. Wir haben also einen kleinen DIN A4-Player entwickelt und da stand drauf, wie wir hier in Zukunft kommunizieren werden, was wir sagen werden, was für uns Respekt bedeutet, was Wertschätzung und Anerkennung bedeutet. Wir haben es also definiert, damit die kapieren, was wir meinen. Weil wenn ich jetzt zu Anna sage, Anna, ist dir Respekt wichtig? Pass mal auf, jetzt was passiert. Anna, ist dir das wichtig, Respekt? Ja, mir auch. Geil, dann wissen wir ja beide, was Respekt bedeutet. Nee, gar nicht. Ich habe null Ahnung, was ich tun muss, um Anna Respekt zu zeigen. Das müsste sie mir mal sagen. Ich könnte sie fragen, Anna, was muss ich tun, damit du durch mich Respekt erfährst? Das ist die goldene Kita-Heldenfrage. Pack die unbedingt ein. Wenn ihr was vom anderen wissen wollt, dann stellt diese Art von Fragen. Was darf ich tun, damit du durch mich Wertschätzung erfährst? Jetzt kann sie mir aus ihrer Welt genau sagen, Andreas, wenn du mir Wertschätzung gegenüberringen möchtest, dann mache das bitte auf die in die Art und Weise, dann erfahre ich das nämlich. Ist doch mega. Jetzt stellt euch doch vor, ich denke die ganze Zeit, ich bin respektvoll mit ihr und sie fühlt sich die ganze Zeit gedisst, gemobbt oder diskriminiert. Ja, dann ist es zwar gut gemeint von mir, aber scheiße gemacht. Ich habe halt nichts erreicht. Das Ergebnis ist halt Fail, wisst ihr? Das funktioniert nicht so. Also das ist das eine, dass wir den Eltern auch sagen, ab sofort, liebe Eltern, kommunizieren wir hier auf diese Art und Weise und das unterschreibt ihr natürlich. Und Achtung, die Definitionshoheit habt ihr. Ist doch klar. Das ist eure Kita, ihr habt ja Hausrecht. Und wenn die Eltern sich auf eine Art und Weise verhalten, wie ihr das nicht wollt, dann könnt ihr den Eltern eine Ansage machen. Und wenn die Eltern das nicht machen wollen, kommen wir auch später nochmal dazu, dann verlieren sie halt den Betreuungsvertrag. Ganz einfach. Und für diejenigen, die jetzt sagen, das ist gar nicht so einfach, doch ist es. Können wir ja später gerne nochmal diskutieren. Dann stellt einfach die Frage und sagt hier, rede bitte darüber, Andreas, warum das einfach ist, dass man dann, wenn die Eltern sich nicht an die Regeln halten oder auch an die Kommunikationskultur, dass man dann sagt, okay, dann kündigen wir den Betreuungsvertrag. Ist einfach. Wenn ihr denkt, es ist es nicht, schreibt es bitte rein. Dann natürlich Regeln und Absprachen. Die meisten haben in ihrer Kita Regeln und Absprachen, wundern sich aber, dass die Eltern sich nicht daran halten. Komisch. Was die meisten nämlich nicht haben, ist Konsequenzen. Und wenn, sind das so lächerliche Konsequenzen. Wir haben dann eine Regel, die Eltern sollen bitte ihre Kinder pünktlich abholen oder pünktlich bringen. Und dann machen die das einfach nicht. Ja, die haben halt ihre Gründe, gell. Und dann wird man ärgerlich und sagt den Eltern, sind sie aber pünktlich. Das macht man zehnmal. Ja, ganz ehrlich, ey. Wenn ich zehnmal bei der Anna zu spät kommen würde und sie würde einfach nur sagen, sei doch bitte beim nächsten Mal pünktlich. Ich würde die nicht mehr ernst nehmen. Ey, ganz ehrlich, ich würde sie nicht mehr ernst nehmen. Also sie wird beim ersten Mal, wird sie mir sagen, pass mal auf, Andreas. Beim nächsten Mal bist du pünktlich. Ansonsten gibt es hier keine Kooperation mehr. Ich will Verlässlichkeit. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass diese Kooperation Sinn macht. Und wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, weil du willkürlich bist, weil du nur nach Lust und Laune arbeitest oder wie du Bock hast, dann passen wir nicht zusammen. Dann bist du kein schlechter Mensch, Andreas. Aber wir passen einfach nicht zusammen. Und genau so läuft das dann auch, dass wir Regeln und Absprachen haben mit Konsequenzen. Und die müssen auch, die müssen spürbar sein. Im Sinne von, wie gerade eben, liebe Eltern, wenn ihr euch daran nicht haltet, wenn ihr dreimal euer Kind zu spät abholt, naja, dann kündigen wir den Betreuungsvertrag. Punkt. Also macht es doch nicht so kompliziert. Und für diejenigen, die jetzt wieder sagen, das geht bei uns nicht. Ja, doch, es geht. Also ich habe es doch in ganz Deutschland gemacht. Ich habe letztes Jahr mit 4000 Kita-Fachkräften gearbeitet. Doch, es geht. Aber man braucht dazu halt was. Vor allen Dingen Arsch in der Hose, aber vielleicht sprechen wir später dazu nochmal. So, was haben wir noch? Ausnahmen, da wäre ich ganz vorsichtig, wo wir es eben von Regeln und Absprachen hatten. Die meisten machen da Ausnahmen. Dann sagen sie zum Beispiel bei der einen Mutter, naja gut, also das ist eine alleinerziehende Mutter, die fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich müssen wir da, da dürfen wir nicht so genau hingucken, wenn die mal zu spät oder zu früh kommt. Ja, super. Jetzt wird's krass, Alter. Weil jetzt kommt dann der, der, ein Vater, der sagt, naja, ich bin zwar nicht alleinerziehend, aber ich habe halt, äh, keine Ahnung, wichtige Meetings. Und wer bist jetzt? Du. Dass du bewertest, dass alleinerziehend schwieriger ist als wichtige Meetings haben. Wisst ihr, was ich meine? Ihr schafft einen Präzedenzfall. Und mit jedem Präzedenzfall habt ihr einen Stolperstein. Also dann, dann habt ihr euer Boot selber zum Sinken gebracht. Weil ihr könnt ja nicht Gott spielen. Das dürft ihr ja auch gar nicht. Und jede Ausnahme ist ein Stück weit Gott spielen. Ich sage das jetzt ganz provokant. Ne? Wenn der eine eine Ausnahme hat, dann wird sich das rumsprechen. Und dann kommen sie alle und sagen, naja, aber der hat ja auch eine Ausnahme. Und wenn du jetzt sagst, ne Anna, du kriegst aber keine. Dann fühlt die sich minderwertig. Dann fühlt die sich benachteiligt. Und das zu Recht. Weil ich benachteilige sie ja auch. Und ich bewerte auch noch, wer ist es wert, die Ausnahme zu genießen? Und wer ist es nicht wert? Überleg mal, wie krass das ist. Was für ein Machtmissbrauch. Ich würde keine Ausnahmen machen. Wenn es Regeln gibt, gibt es die Regeln, die gelten für jeden. Für jeden, für jeden, für jeden. Keine Ausnahmen. Macht wenig Regeln, aber halt Regeln ohne Ausnahmen. Ansonsten wundert euch nicht, dass das halt sonst nicht klappt. Und am Ende dann natürlich Entscheidungskompetenzen. Wer darf denn eigentlich was entscheiden? Ne? Also darf das jetzt die Mutter entscheiden? Darf es die Erzieherin entscheiden? Mutter kommt mit einem kranken Kind und sagt, naja, ich bezahle ja auch den Betreuungsplatz hier. Über meine Steuern zum Beispiel. Ne? Ich habe jetzt ein Recht darauf, dass mein Kind hier betreut wird. Ich habe ja sogar ein Recht. Ne? Hier in Deutschland zumindest. Da haben wir einen Platzanspruch ab dem ersten Lebensjahr. Äh, was zählt denn jetzt? Also wer darf denn hier eine Entscheidung treffen? Ne? Darf die Mutter das einfach entscheiden? Treffe ich als Erzieherin, als Kita-Leitung, als Fachberatung, als Kita-Träger die Entscheidung? Darüber können wir gerne nochmal sprechen. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt es bitte auch nochmal rein. Wer darf welche Entscheidungen treffen? Es ist im Prinzip total einfach. Also ich kann euch innerhalb von zwei Minuten aufklären, wer welche Entscheidung treffen darf zum Thema kranke Kinder, zum Thema zu spät kommende Eltern, Respektlosigkeit und, und, und. Das ist eigentlich total easy, weil es gesetzlich geregelt ist. In Deutschland zumindest mit den Bundesgesetzen. So. Dann kommen wir jetzt so langsam ein bisschen zum Abschluss, nämlich die großen typischen Stolpersteine. Das habe ich schon erwähnt. Große Worte. Wir alle einigen uns auf große Worte. Ne? Anna, Respekt ist dir wichtig, gell? Wertschätzung auch. Mhm. Und das ist dir alles total wie ja, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Genauso wie auch Lästern oder Unzuverlässigkeit. Auch Pünktlichkeit. Ich weiß gar nicht, was Anna unter Pünktlichkeit versteht. Ich könnte sie fragen und sie wird mir sagen, ja, es ist ihr wichtig. Heißt das jetzt, dass sie immer eine halbe Stunde vor der gesetzten Zeit kommt oder nur fünf Minuten oder direkt um der gesetzten Zeit oder plus minus zehn Minuten? Das könnte alles für sie pünktlich bedeuten. Also bitte geht auf die Suche nach der Bedeutung der großen Worte. Wir einigen uns viel zu schnell auf große Worte. Und das ist ein großer, ja, ein Fehler würde ich nicht sagen. Das ist ein großer Stolperstein. Wir müssen dahinter blicken. Was bedeutet das Wort für dich? Und dann lernen wir einander kennen. Dann natürlich so Sachen wie typischer Stolperstein sind kranke Kinder. Wie gehen wir damit um? Was ist denn überhaupt ein krankes Kind? Ein Kind, das Schmerzen hat, ist das auch ein Kita-unfähiges Kind? Achtung, wir gehen mal weg von den kranken Kindern. Wir nennen sie einfach mal nicht Kita-fähige Kinder. Denn dann sind Kinder mit Schmerzen, zum Beispiel im U3-Bereich, Kinder, die Zahn haben Schmerzen. Willst du auf die Arbeit gehen, wenn du Schmerzen hast? Wieso schicken wir eigentlich Kinder in die Kita, wenn die Schmerzen haben? Und sagen noch sowas Verniedlichendes wie, naja, der zahnt ja nur. Der hat Durchfall, aber das kommt vom Zahnen. Naja, willst du mit Durchfall auf die Arbeit? Also das ist so, wieso sollten wir Kindern sowas antun? Also das ist, finde ich, ganz strange. Dann natürlich, wie gehen wir auch mit Personalmangel um? Das sind auch Dinge. Wie kommunizieren wir da? Das unter den Eltern, auch für die Eltern. Auch das Thema Aufrichtigkeit ist so ein Riesenkommunikationsding. Alle wollen sie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und wenn ich dann ehrlich und aufrichtig zu Anna bin, dann fängt sie an zu heulen, beleidigt mich oder rennt einfach raus. Und dann denke ich mir, hä? Sie wollte doch, dass ich ehrlich bin. Ja, Ehrlichkeit ist wie die Freiheit. Ich muss das auch annehmen können. Ich kann mir nicht immer nur das Beste rauspicken, wisst ihr? Ja, es gibt eine respektvolle Sprache, definitiv. Das ist jetzt keine Einladung, respektlos zu sein. Aber wenn ich Ehrlichkeit will, dann bekomme ich nun mal die ganze Ehrlichkeit. Und wenn ich dann unangebracht reagiere, dann muss ich mich nicht wundern, dass der andere gegenüber mir gegenüber nicht mehr ehrlich ist. Wenn jetzt Anna irgendwie mich beleidigt und sagt, wie kannst du das nur sagen? Du bist ein Arschloch, du bist ja voll doof. Dann kann es sein, dass ich mich jetzt einfach gar nicht mehr gut fühle in dieser Beziehung. Und dass ich ihr beim nächsten Mal gewisse Dinge gar nicht mehr sage. Ja, aber damit hat sie keine Ehrlichkeit mehr, die sie ja wollte. Also wer Ehrlichkeit will, der muss lernen, Ehrlichkeit annehmen zu können. Das ist der allererste Schritt. Oh, was? Ich habe noch so viele hier stehen. Ich gucke mal, dass wir uns auf das Wichtigste einigen. Beziehungsweise ich hatte ja gar nicht mit dabei. Ich gucke jetzt, was ich jetzt noch für wichtig halte. Und den Rest, den dürft ihr alles erfragen. Wir haben natürlich sowas wie überzogene Erwartungen. Wie gehen wir mit den Eltern um, wenn die ihre großen Erwartungskataloge aufblättern und sagen so, also, ich erwarte das und das und das. Und du dir denkst so, alter Wunsch und Wirklichkeit, schon mal was davon gehört? Wie wäre es auch mal, wenn du selber erfüllst, was du von anderen erwartest? Könnte ja auch mal sein. Da spielt ja auch Kita eine große Rolle. Die Kita, die Öffnungszeiten werden immer länger und damit werden unser Aufgabenbereich wird immer größer, weil die Kinder immer früher kommen, immer länger bleiben. Und das müssen wir mit Eltern besprechen. Wer ist da eigentlich für was verantwortlich? Auch hier wieder eine gute Kommunikation, eine ehrliche Kommunikation. Und am Ende habe ich noch ein paar coole Moves. Die baller ich jetzt so ein Stück weit mal raus. Es ist so viel, aber ich bin mir sicher, ihr werdet gleich ein paar tolle Fragen stellen. Also, wenn ihr, und jetzt kommt der ultimative Kita-Helden-Move. Achtung, haltet euch fest. Jetzt wird es wirklich gut. Und in Deutschland kann ich euch garantieren, ist es in jedem Bundesland möglich, das zu tun. In jeder Kita, in der ich angefangen habe, habe ich erstmal die Betreuungsverträge erweitert, um eine Klausel, einen Paragrafen. Und zwar, ich habe sie limitiert. Also, ich habe sie zeitlich begrenzt. Das waren zeitlich Betreuungsverträge begrenzt auf ein Jahr. Jahresverträge. Heißt, die Eltern mussten sich jedes Jahr bei mir neu bewerben dafür, dass sie ein weiteres Jahr verlängert werden. Das sorgt für Identifikation. Ob das jetzt dem einen oder anderen gefällt, ist mir völlig egal. Ihr könnt euch vorstellen, wenn dein Betreuungsvertrag, der sehr wichtig ist für deine Selbstentfaltung, deine beruflichen Erfolge oder was auch immer, oder auch für deine Existenz, wenn der auf ein Jahr befristet ist, dann werden sich Eltern auch sehr bemühen, sich an eure Kommunikationskulturen, eure Regeln zu halten. Ist doch völlig klar. Weil sie müssen ja Gefahr laufen, dass der Jahresvertrag nicht verlängert wird. Und Achtung, das ist kein düsteres Druckmittel, wie Lord Voldemort das machen würde, bleiben wir aber bei Harry Potter, sondern es geht um Identifikation. Ich möchte, dass die Eltern nicht einfach nur irgendeinen Betreuungsplatz suchen, sondern dass sie sich identifizieren mit uns als Kita, mit unserem Konzept und unserer Kommunikationskultur. Ihr könnt auch noch so was wie eine Probezeit einbauen. Das hatte ich auch in meinen Verträgen. Warum nur Mitarbeiter? Also Eltern haben, wenn sie kommen, eine Probezeit. Sechs Monate. Wenn die Eingewöhnung funktioniert und wenn sich das Kind wohlfühlt und die Eltern sich wohlfühlen, alles gut. Wenn nicht, dann endet es nach der Probezeit. Wo ist das Problem? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige da denken, oh wie geil und andere denken so, um Gottes Willen, Andreas, dann haben die Eltern ja gar keine Betreuungssicherheit mehr. Ja, genau. Weil eine Kita ist ja, Achtung, jetzt wird es Andreas ja nicht, keine Betreuungseinrichtung. Es ist ja eine Bildungsinstitution. Es geht um Identifikation und es geht vor allen Dingen um das Wohl des Kindes und nicht in erster Linie um das Wohl der Eltern. Es geht um das Kind. Die Eltern sind zweitrangig. Und wenn ich der Meinung bin, das Kind ist hier nicht gut aufgehoben oder die Eltern beteiligen sich nicht oder die schaffen eine unangenehme Atmosphäre in der Elternschaft, dann ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Ist für mich völlig klar. So, ich glaube, ich mache mal hier Cut, denn ich könnte noch so viel erzählen, aber ich bin schon über der Zeit. Ich übergebe jetzt noch mal ganz kurz an Anna. Dann habt ihr, glaube ich, kurz Zeit, noch mal euch zu sortieren. Und dann gehen wir gleich ins Q&A. Und ich freue mich schon mega auf all eure Fragen und die Themen, die ihr teilweise ja schon im Vorab bei der Anmeldung ein bisschen skizziert habt. Also, los geht's. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich umfassenden und sehr, sehr intensiven Input. Wir haben jetzt auch schon einige Fragen reinbekommen. Ich starte jetzt mal parallel, weil es vorher nicht ausgegangen ist, unsere Umfrage. Also, Sie können jetzt gerne parallel die beiden angekündigten Fragen beantworten. Und ich gehe jetzt schon mit dir, Andreas, in Medias Rees und möchte dich bitten, mal auf die ersten Fragen, die so reinkamen, einzugehen. Gerne. Und zwar geht es da am Anfang mal um, wie gelungene Elternkommunikation im Hort und in der Nachmittagsbetreuung stattfinden kann. Also, was sozusagen da die wichtigen Punkte sind. Und als Ergänzung, es ist, schreibt die Person, es ist eben sehr schwierig, im Hort Nachmittagsbetreuung mit Elternkommunikation zu verbinden, vor allem, wenn die Kinder dann alleine nach Hause gehen. Ja, ich würde hier definitiv erst mal so ein paar Standards setzen. Also, wenn die Kommunikation gehemmt ist dadurch, dass die Kinder alleine kommen oder alleine nach Hause gehen, dann hast du ja kaum noch Berührungspunkte. Wie in der Kita, da hast du die Tür- und Angelgespräche in der Bring- und Abholzeit im Hort oder am Nachmittags in der Betreuung, in der Grundschule, was auch immer, dann nicht mehr. Und von daher macht es Sinn, sich ein paar Kommunikationsstandards zu überlegen. Ein Standard könnte sein, Achtung, ich hau jetzt einfach mal raus, zum Beispiel ein Tagebuch. Jedes Kind hat ein Buch. Und wenn ich die Eltern erreichen möchte, kann ich zum Beispiel über dieses Buch kommunizieren. Die Kinder nehmen das dann mit nach Hause und die Eltern können lesen, was ich zu sagen habe oder was ich fragen möchte und die Eltern können da reinschreiben. Ja, das ist Oldschool. Es gibt es ja mittlerweile auch, und ich meine, Kids Fox, ihr seid ja da der Wegbereiter. Es gibt natürlich das Ganze auch digital. Es ist total wichtig, dass ihr für euch die richtige Vorgehensweise findet. Ob das jetzt digital ist oder ob das analog ist oder im besten Fall, ihr habt beides. Damit seid ihr ultra flexibel. Und wir müssen ja auch mal gucken, wie ist der Datenschutz und ob wollen wir Kinder beteiligen? Geht das dann digital oder geht das dann eher analog über ein Büchlein? Also das müsst ihr entscheiden. Aber das ist zum Beispiel ein Grundsatz. Wir gucken erst mal, welche Instrumente ermöglichen uns eine Kommunikation über Distanz. Das ist das Erste. Das Zweite ist, gibt es regelmäßige Kommunikationsmeetings oder gibt es überhaupt regelmäßige Treffen? Heißt, ich würde dann definitiv ein bis zwei Elternsprechtage pro Jahr machen oder auch Elterngespräche anbieten. Zwei, drei, sogar viermal im Jahr. Und die mache ich auch verpflichtend. An der Stelle für diejenigen, die sagen, ja, aber was ist, wenn die nicht kommen? Nee, das Recht haben die nicht. Also wir haben eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Wenn ich den Eltern sage, ich erwarte hier ein Gespräch und sie kommen bitte, dann kommen die. Und wenn die nicht kommen, dann löse ich den Betreuungsvertrag auf. Ganz einfach. Also nochmal, ein Betreuungsvertrag basiert immer auf beiden Parteien. Nicht nur der eine gibt und der andere nimmt, sondern beide geben, beide nehmen. Und es ist völlig in Ordnung, Auflagen zu machen und zu sagen, pass mal auf, ich erwarte von dir, wenn du dein Kind hierher schickst, dass du dich zweimal im Jahr in einem Elterngespräch hier blicken lässt. Das könnt ihr natürlich auf eine sehr nette Art und Weise sagen, ich ballere das ja hier einfach jetzt nochmal so raus. Elternabende, ganz wichtig, ja, mindestens zwei Elternabende pro Gruppe. Und das ist beim Hort nochmal wichtig. Okay, sind da Gruppen auch bei der offenen Arbeit? Was ist eine Gruppe überhaupt? Das müsst ihr für euch selber klären. Aber mindestens zwei Elternabende im Jahr. Und gerne auch nochmal solche Special Features. Ich liebe das. Also auch die gehören zum Grundrepertoire. Ein Erlebnis-Elternabend, ein Kino-Elternabend. Da guckt man mal zum Beispiel einen Film wie Systemsprenger. Also einen Film, der einfach auch eine pädagogische Relevanz hat. Oder auch einen Fachelternabend, also einen Themenelternabend. Zum Beispiel zum Thema Tod, Trauer, Scheidung, Trennung. Oder zum Thema, also wichtige Themen, worüber wir oft Angst haben zu sprechen. Aber das ist halt einfach wichtig für die Menschen. Oder was mache ich, wenn mein Kind permanent frustriert ist? Also einfach einen Themenelternabend. Ich lade dann eine Referentin, einen Referenten ein. Vielleicht auch zum Thema Ernährung, weil das Kind irgendwie nur eine Sache ist. Nur Pommes den ganzen Tag. So, dann macht es vielleicht auch mal Sinn. Vielleicht haben mehrere Eltern diese Herausforderung, auch Themenelternabende anzubieten. Und ihr merkt, so habt ihr nach und nach ein gewisses Spektrum an Basics. Die würde ich definitiv aufbauen. So würde ich es mal stehen lassen, damit wir auch noch Zeit für andere Fragen haben. Das war eh auch, also du bist jetzt vorher schon auf ein Thema eingegangen, das nochmal als Frage formuliert wurde. Und zwar geht es da darum, ob du vielleicht mal ein bisschen anreißen möchtest, wie ein idealer Elternabend oder ein gutes Elternevent sozusagen bei dir ausschauen würde oder was da die Kriterien wären. Oh, gerne. Erstmal ist es ganz wichtig zu wissen, okay, was für Menschen kommen da? Also ich mache mir immer erst Gedanken, was sind das für Menschen, die da kommen? Jetzt kann man sagen, ja, das sind halt die Eltern unserer Gruppe. Nee, so einfach ist das nicht. Die haben ja alle ein anstrengendes Leben und einen anstrengenden Tag. Stellt euch mal vor, also ihr habt jetzt einen harten Kita-Tag im Winter. Ihr seid völlig im Eimer. Ihr seid auch noch teilweise ein bisschen erkältet. Habt euch trotzdem in die Kita geschleppt, was ihr ja nicht tun wollt oder solltet. Jetzt habt ihr auch noch einen Elternabend. Und genauso geht es den Eltern. Die Nacht war anstrengend. Der Kleine hat nicht geschlafen. Der Große muss in die Schule. Stress mit dem Chef. Dann ist irgendwie das, dann hat man kein Brot, weil man vergessen hat, Brot zu kaufen. Dann konnte man den Kindern nichts mitgeben. Dann muss man denen nochmal Geld geben. Aber man war nicht bei der Bank. Und der Bäcker nimmt keine Karte, sondern nur Bargeld. Wisst ihr das? So diese ganzen Geschichten. Dann steht man im Stau. Dann hat der Chef einen angeschnauzt. Die Kollegen waren auch wieder nicht nett. Und dann hat man acht Stunden heftig gearbeitet. Steht wieder im Stau, wenn man zurückfährt. Bezahlt dann den Babysitter. Der kostet fünfmal so viel wie noch vor fünf Jahren. Auch der will sich das jetzt bezahlen lassen. Und dann hast du einfach irgendwie so eine Laune und dann kommst du zu einem Elternabend. Das muss ich wissen, dass Menschen wohlmöglich übersättigt mit Cortisol und Adrenalin zu so einem Abend kommen. Wenn ich jetzt einen geilen Abend will, ist es meine Aufgabe als Regisseurin oder Regisseur, einen Film zu drehen, der die komplett schlecht. Das heißt, die kommen in den Eingangsbereich. Und da ist Musik. Und zwar eine besondere Musik. Da sind Kinderserienlieder aus alter Kinderzeit. Das heißt, die Eltern erinnern sich auf einmal bei Gummibären, hüpfen hier und dort und über. Und dann gehen so Fenster auf. Und Kindheit und Wahnsinn. Und dann hast du noch Gerüche im Eingangsbereich. Gebrannte Mandeln, Zuckerwatte oder Popcorn. Und dann gehen noch mehr Fenster auf. Und man erinnert sich an die Kinoabende, an Oma und Weihnachten und wie das früher war. Und man ist, der ganze Körper wird übersät mit Serotonin und Dopamin und Oxytocin, mit wunderbaren Cocktail an wunderbaren Hormonen. Und dann, ich merke schon einfach so, und dann kommen die Mutter rein, die schlecht gelaunt ist. Und dann mört die auch und riecht. Und wir sind, das ist eine mega geile Atmosphäre. Und dann komme ich weiter. Ich bin noch lange nicht im Turnraum, Leute. Noch lange nicht da, wo das Event stattfindet. Und dann komme ich rein in den nächsten Flur vielleicht. Und da habe ich dann eine kleine Quizaufgabe, einen QR-Code auf dem Boden. Den muss ich abscannen. Und dann bekomme ich eine Quizaufgabe. Suche den und den Gegenstand, bevor du in den Turnraum kommst. Dann suche ich erst mal. Oder habe noch auf einer Flipchart die Frage, wer war der Held deiner Kindheit, die Heldin deiner Kindheit. Und dann denkst du, krass, Wonder Woman oder Asterix. Ich habe so viel Asterix gelesen. Du bist völlig geflascht. Alles, was du an dem Tag erlebt hast, ist weg. Ich schwöre, es ist einfach für diesen Moment weg. Und dann kommst du in den großen Hauptraum. Da ist ein Bücherticht zu dem jeweiligen Thema des Elternabends. Und es gibt in der Pause. Der Elternabend dauert zwei Stunden. Achtung, ich mache nur Beispiele. In der Mitte gibt es Musik. Und zwar Live-Musik. Ich habe vorher einen Vater oder eine Mutter gefragt, die ein Instrument spielt. Ganz viele spielen Instrumente. Ob sie in der Pause mal zwei, drei Songs spielen würde. Jetzt hast du Live-Musik auf dem Elternabend. Alter, das ist ein Happening. Das vergisst niemand mehr. Gibt es lecker Essen. Es gibt lecker Trinken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist das mit dem lecker Essen? Ich habe dann meistens Eltern aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Religionsbereich. Die wollen sich beteiligen, aber denen ist das unangenehm, weil sie noch nicht so gut Deutsch sprechen. Aber du siehst, sie wollen im Prinzip schon Teil der Gemeinschaft sein. Die fragst du dann, hey, hast du nicht Lust, irgendwie was Leckeres zu backen oder zu kochen? Die machen das total gerne, weil es oft das ist, womit sie sich beteiligen können. Ist das nicht geil? Ihr Deutsch reicht wohl möglich nicht aus. Also es ist ihnen noch unangenehm. Das ist eine Beteiligung, die wollen sie noch nicht. Aber wenn du ihnen etwas gibst, was sie ohnehin gern und gut machen und das einen Mehrwert für die anderen bildet, mega, Alter. Also es ist doch so gut. Und das ist ein Event, ich garantiere euch, das macht ihr einmal und danach habt ihr die Bude voll. Das spricht sich rum und dann sagen alle, hier musst du hin. Hier musst du in diese Kita musst du dein Kind geben. Die Elternabende sind der Wahnsinn. Also das ist eine Möglichkeit, ganz konkret. Weil du es vorher schon angesprochen hast und weil es jetzt mehrfach auch bei den Anmeldungen und jetzt auch wieder in der Umfrage ein großes Thema war. Magst du vielleicht noch kurz was zum Thema Sprachbarrieren sagen? Weil es ist eine große Herausforderung in der Elternkommunikation. Es wird ja sozusagen über Kidsbox mit der Übersetzungsfunktion abgedeckt auf einer technischen Ebene, aber es gibt ja noch viele andere Ebenen. Du sagst es. Kidsbox, Achtung, hier ist der Zauberstab. Das ist die technische Ebene, dein Werkzeug, mit dem du gut arbeiten kannst, wenn du es willst. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe. Das sind immer wieder die vier großen Kita-Heldenfragen. Ihr werdet immer wieder zu denen zurückfinden. Denn wenn mir das unangenehm ist, mich nicht verständigen zu können, dann meide ich diese Person wohl möglich. Oder wenn sie sich versucht auszusehen und ich merke so, oh, das ist mir so unangenehm, es ist mir peinlich, das ist so, ich will weg aus dieser Situation. Dann wundert es mich gar nicht, dass die Kommunikation auf der Strecke bleibt. Wir können auch wortlos sehr gut miteinander kommunizieren. Menschen, die Lust auf Beziehungsebene haben, die kennen das. Die sind mit jemandem im Austausch, sie verstehen nichts, aber man guckt, man macht so. Du kannst so viel kommunizieren, wenn du Lust auf Menschen hast, wenn du keine Berührungsängste hast. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Also, wenn wir über Verständigungsprobleme sprechen, lasst uns bitte doch erst mal über Berührungsprobleme sprechen. Oder über Beziehungsprobleme. Also, will ich diese Beziehung mit dem anderen, suche ich den Austausch, selbst wenn ich gerade seine Sprache überhaupt nicht verstehe oder spreche. Und ich kann mir mit Kidsfox oder mit so einer App zum Beispiel, kann ich mir einfach helfen. Und dann können wir natürlich verbal übersetzen oder wörtlich übersetzen. Aber ich muss das erst mal wollen. Und wenn ich das will, dann hilft mir so eine App oder dann helfen mir so Translator-Programme extrem gut. Also, das ist so erst mal eine Sache. Die Barriere überwinden und die Beziehung zu Menschen suchen. Lust auf Menschen zu haben, auch wenn sie die eigene Sprache nicht sprechen oder verstehen können. Und was fällt mir dazu noch ein? Wir können Bildsprache verwenden. Wir können aber auch, was ich schon mal gemacht habe, einen Elternabend simultan übersetzt mit einer KI. Ich habe vor kurzem in einer englischen Kita einen Vortrag auf Deutsch gehalten und dann hat die KI meine Wörter direkt übersetzt, live, auf einem großen Leinwand mit einem Beamer. Und das ist doch mega. Also, dann muss ich auch keine Angst mehr haben. Ich habe auch ein großes Repertoire an Menschen, die mir helfen. Das heißt, das Erste, was ich tue, wenn ich in einer Kita bin, in der ich Menschen habe aus einem anderen Sprachkultur- oder Religionskontext, dass ich wiederum andere Menschen habe, die mich gut verstehen, die ich verstehe, die mir helfen zu übersetzen. Das heißt, ich rufe die dann an zu Elterngesprächen, Elternabenden oder was auch immer. Oder die dienen als Vermittler. Zum Beispiel sage ich denen was, die rufen dann dort an und klären das dann für mich. Also, ich habe eine Base an Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, wenn ich vor einer sprachlichen Herausforderung stehe. Auch das sind Möglichkeiten, die wir haben. Es geht jetzt so ein bisschen um das Thema Entscheidungen und wer welche Entscheidungen treffen kann. Du hast in deinem Vortrag sozusagen angesprochen, eben sich genau zu überlegen, wo Grenzen gesetzt werden. Und da kam eben die Rückmeldung. Es ist schon klar irgendwie, wir können eine Menge dagegen setzen, aber eben nur, wenn der Träger hinter uns steht und unsere Entscheidungen mitträgt. Nee, soll ich direkt darauf eingehen? Nee, ist nicht so. Der Träger, der trägt Verantwortung, ja, aber es gibt Entscheidungen, die kann und darf der Träger in dem Moment, Achtung, in dem Moment gar nicht treffen. Wenn ich sehe, dass in meiner Kita die Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflicht, das Kindeswohl nicht gewährleistet ist, dann muss ich nicht vorher den Träger mal Erlaubnis fragen, sondern ich bin gesetzlich dazu verpflichtet. Zumindest in Deutschland, in Österreich kenne ich mich nicht ganz so gut aus mit den Bundesgesetzen. Aber in Deutschland bist du dazu verpflichtet, sofort, sofort alles zu tun, um die Aufsichtspflicht des Kindeswohl oder die Fürsorgepflicht oder den Schutzauftrag zu gewährleisten. Da muss ich nicht den Träger anrufen, um mal Erlaubnis zu fragen, darf ich jetzt das Kind beschützen? Darf ich jetzt meine Aufsichtspflicht erfüllen? Das ist doch Unsinn, Leute. Also, ihr habt, ihr sitzt am längeren Hebel. Gegenüber dem Träger sitzt ihr definitiv am längeren Hebel. Denn, so ist es auch im Gesetz beschrieben, der, der in der Situation ist, der muss diese Situation analysieren, der hat die Definitionshoheit, der muss entscheiden. Na klar, der trägt auch die Verantwortung. Wenn die Entscheidung scheiße war oder falsch ist, trägst du auch die Verantwortung. Aber du hast die Entscheidungspflicht, nicht nur die Entscheidungsfreiheit, die Entscheidungspflicht. Du musst doch alles tun, um das Wohl zu schützen. Und Achtung, für Kita-Leitung genauso. Ihr habt ein Arbeitsgesetz. Ihr müsst alles tun, um das Wohlergehen eurer Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Das ist eure Entscheidungsfreiheit und die Entscheidungspflicht, die ihr treffen müsst. Also, deswegen können wir ganz viel entscheiden. Wir können entscheiden, was krank ist. Was ist ein krankes Kind? Oder was ist ein nicht-kita-taugliches Kind? Und die Eltern haben kein Mitbestimmungsrecht. Haben sie nicht. Und der Träger hat dahingehend auch kein Mitbestimmungsrecht. Weil der Träger arbeitet in dem Moment nicht mit den Menschen. Und wenn ein Kind da ist und der Träger sagt, naja, machen wir mal ein unsinniges Beispiel. Fieber ist für mich kein Krank. Der Träger sagt jetzt, also ein Kind mit 39 Grad ist für mich noch lange nicht krank. Jetzt kommt dieses 39 Grad Kind in die Kita. Und euer Auftrag ist es ja, alle anderen zu schützen, auch vor diesem einen kranken Kind. Wenn ihr das kranke Kind jetzt annehmt, weil es 38,9 Grad hat, und der Träger ja sagt, nee, musst du annehmen, weil es ist ja kein Fieber, ist ja nicht krank. Dann würdest du ja Bundesgesetze verletzen. Und der Träger hätte dir eine Anweisung gegeben, Achtung, die Bundesgesetze verletzt. Das ist sowas von gesetzeswidrig. Paragraf 47 Sozialgesetzbuch, Meldepflicht. Dann müsst ihr Anzeige erstatten und der Träger verliert seine Betriebserlaubnis. Achtung, das ist kein Träger-Bashing. Liebe Träger, wenn ihr da draußen mit sitzt, ihr wisst es doch selber. Und euer Interesse kann doch nur daran liegen, sowohl die Kinder als auch das Personal zu schützen. Das ist doch wohl die Priorität. Wenn irgendein Kita-Träger jetzt hier sitzt und sich denkt, nee, in erster Linie schütze ich, keine Ahnung, das Bedürfnis nach Harmonie, die Platzsicherheit für die Eltern oder die Betreuungskontinuität, dann würde ich vorschlagen, lieber Träger, such dir einen anderen Job. Bitte mach was anderes. Denn hier geht es in erster Linie darum, Menschen zu beschützen. Eine Kita ist ein Ort des Schutzes und da beschützen wir Menschen. Und damit sind wir mit den Bundesgesetzen ziemlich gut aufgestellt. Da können wir alle Entscheidungen treffen. Und der Träger trifft auch viele Entscheidungen, aber auf einer anderen Ebene. Vielleicht will die Person, die die Frage hier nochmal gestellt hat, eine konkrete Situation schildern. Das macht es am einfachsten. Es gibt ja manchmal so konkrete Sachen. Darf ich in der Situation das und das entscheiden? Baller mal raus und dann kann ich dir es konkret sagen. Es gab da noch eine konkrete Nachfrage, eben zum Beispiel beim Thema Kündigung. Also bei der Kündigung eines Kita-Platzes entscheidet er die Kita oder der Träger. Genau, der Träger entscheidet in den meisten Fällen, weil der auch die Vertragshoheit hat. Das heißt, er hat ja den Vertrag gemeinsam mit den Eltern unterschrieben. Manchmal hat es eine Kita-Leitung unterschrieben, aber oft IA, also im Auftrag. Aber hier hat der Träger die Entscheidungshoheit. Jetzt kommt es aber. Passt auf, ich mache euch ein Beispiel. Da werdet ihr sehen, wie schnell das kippt. Ich bin jetzt Vater in deiner Kita und ich beleidige da jetzt alle. Und auf WhatsApp schreibe ich auch, wie scheiße die Erzieher sind und wie kann man nur. Und bei Social Media mache ich auch solche Geschichten. Das heißt, ich störe nicht nur den Betriebsfrieden, sondern ich bin respektlos. Ich bin diskriminierend. Ich bin geringschätzend. Und Achtung, die Bewertungshoheit habt ihr. Ich tue also Dinge, die für euch nicht vertretbar sind, die das große Ganze, die Harmonie miteinander massiv stört. Und dann könnt ihr dem Träger sagen, lieber Träger, wir haben mit den Eltern gesprochen. Sie halten sich leider nicht an unsere Regeln. Klar, wir müssen immer erst ein Prozedere einhalten. Wir gehen in den Austausch mit den Eltern. Wir erteilen denen Auflage. Und wenn sie das nicht erfüllen, gehen wir zum Träger und sagen dem Träger, pass mal auf, lieber Träger. Hier haben wir Eltern. Ich fühle mich von denen bedroht. Ich fühle mich diskriminiert. Ich fühle mich gering geschätzt. Ich fühle oder ich sehe, dass der Grenzen überschreitet oder Regeln missachtet. Der holt sein Kind einfach ab, wann er will. Und dadurch kommen wir ständig später nach Hause. Dann ist der Träger in der Pflicht zu handeln. Also alles zu tun, um diesen Zustand zu beheben. Und weil wir ja schon alles getan haben und wohlmöglich der Träger, im besten Fall erreicht er was. Im schlechtesten erreicht er genauso wenig wie wir. Dann muss der Träger die Eltern entweder in eine andere Kita unterbringen oder er muss den Vertrag kündigen. Er ist gezwungen dazu, weil, wir sind mal wieder beim Arbeitsrecht, er ist verantwortlich dafür zu sorgen, dass in der Kita ein Frieden gewährleistet wird. Ein Wohlfühlort entsteht. Und sich die Leute sicher fühlen. Und wenn angemerkt wird oder wenn Leute kommen aus dem Team und sagen, ich fühle mich nicht mehr sicher, lieber Träger, dann muss er, ob er will oder nicht, jetzt sofort handeln. Und zwar nicht in drei, vier, fünf, sechs Wochen oder fünf, sechs Monaten. Wir warten ja oft ohne Ende. Ich verstehe nicht, warum wir mal warten. Aber gut, Personality halt, da sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung. Dann muss er handeln und muss Entscheidungen treffen, damit das so unmittelbar beendet wird. Ja. Ein Problem gibt es auch, wenn man jetzt mit dieser Kündigung des Betreuungsvertrags droht, dass man dann sozusagen noch mehr Eltern gegen sich hat oder eine Befürchtung, sagen wir mal so. Wie kann man dem entgegentreten? Das ist genau das Gegenteil. Leute, ich habe das in meinen Kitas über zehn Jahre als Kita-Leitung selber gemacht. Ich würde euch ja keinen Unsinn hier erzählen. Ich lasse euch ja nicht ins offene Messer laufen. Wisst ihr? Ich bin ja interessiert daran, die Kita-Welt ein für alle Mal zu einem besseren Ort zu machen. Gemeinsam mit euch. Und deswegen erzähle ich euch nur die Dinge, die wirklich funktionieren. Und es ist genau so. Wir haben immer einen Fall. Und dann mache ich in einem Fall leider. Es gibt immer einen Elternteil, die überschreiten halt Grenzen. Und dann gibt es ein Exempel. Dann statuierst du ein Exempel. Heißt also, du machst aus diesem Fall einen möglichst öffentlichen Fall, sodass es alle mitbekommen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr ernst genommen werdet, dann hören die Probleme auf. Das Problem ist, euch nimmt keiner ernst. Ihr droht ständig an, macht aber nichts. Ich schmeiße einmal die Eltern raus. Nur ein einziges Elternteil. Garantiere ich euch. Und danach kommt nichts mehr. Es spricht sich sofort rum über WhatsApp, über die Apps, die wir sonst so haben. Spricht so, oh krass, der eben, der redet nicht nur. Der hält Wort. Der macht es. Der zieht es durch. Ja genau. Zum Schutze meiner Gang, also meines Teams. Zum Schutze der Kinder ziehe ich durch. Voll. Und Ausnahme. Das macht ihr einmal. Und dann spricht sich das rum. Und ihr werdet sehen, es wird alles besser. Wirklich. Ich garantiere euch, es wird nicht schlimmer. Das denken wir nur. Es wird besser. Ja. Eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Nämlich, wie man das vermeiden kann, dass sich dann Eltern zusammenschließen und über einen Punkt, den wir so lange schlecht reden, dass sie sich sozusagen verbünden gegen jetzt zum Beispiel eben eine Kita-Fachkraft oder eine Kita-Leitung. Wie, also jetzt sozusagen aus Apps-Sicht gesprochen, irgendwie würde ich jetzt mal sagen, irgendwie dafür sind wir da irgendwie, damit wir eine gute und funktionierende Elternkommunikation aufbauen. Aber jetzt sozusagen aus deiner Sicht nochmal, wie würdest du damit umgehen? Ja, ich kenne das. Es gibt immer wieder Kitas, in denen das passiert. Oft passiert es auch in Elterninitiativen, weil die Eltern da sehr nah aneinander sind und auch alle miteinander emotional, sozial verwoben sind. Also auch gerade so im örtlichen Kontext passiert das öfters mal mehr als in einem städtischen Kontext, weil da so jeder in seiner Welt lebt und am Ende maulen sie zwar alle viel, haben aber doch keine Lust dann auf irgendwelche Probleme oder irgendwelche Widerstände und dann machen sie halt, was ihnen gesagt wird. Also wenn ihr sowas habt, dann ist es total wichtig, den Kontakt sofort zu dieser Elterngruppe zu suchen. Und hier, Achtung, es ist so, es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen gemein an oder ein bisschen, also würde ich von oben herab sprechen. Es ist so aber nicht. Ich habe ja selber die ganzen Fehler gemacht, wisst ihr? Ich habe die Scheiße, die ich hier gerade irgendwie auch betitelt habe, selber gemacht. Ich habe ganz viele Fehler in meinem Leben gemacht als Erzieher und als Kita-Leitung. Habe ganz viel falsch gemacht, ganz viel sinnlose Dinge getan. Mir mangelte es früher ganz viel an Kommunikation. Und ich habe dann immer gedacht, es sind die Eltern. Also die Eltern sind halt schuld. Jetzt rotten die sich zusammen und gehen gemeinsam gegen mich. Ich habe ja das Gespräch mit denen gesucht. Ich habe ja mal, ich habe es ja gut gemacht. Nee, vielleicht hast du es nicht, weil du einfach nicht kommunizieren kannst. Ihr habt ja eben so ein bisschen gehört, was muss man alles können? Welche ganzen Sprachformen muss ich können? Wie gebildet, intelligent muss ich sein? Wie geschickt muss meine Argumentationsweise sein? Meine Souveränität, mein Selbstbewusstsein, meine Selbstwirksamkeit? Die ganze Personality spricht ja mit. Die Körpersprache, die Klangfarbe meiner Stimme. Wenn ich das alles beherrsche, glaubt mir, dann könnt ihr 99% aller Probleme mit Eltern lösen. Über Sprache, über Kommunikation. Ich weiß, das klingt jetzt vermessen, das klingt jetzt irgendwie unglaubwürdig, aber ich habe es ja selber auch mal scheiße gemacht, wisst ihr? Und dann habe ich angefangen, alle Ausbildungen zu machen. Alles, was ihr hier gehört habt, all die Ausbildungen habe ich genossen. Ich habe sie alle gemacht. Und mit jeder Ausbildung wurde ich immer besser. Mit jeder Ausbildung hatte ich immer weniger Probleme, immer weniger Missverständnisse, immer weniger Konflikte und ich konnte immer besser argumentieren. Und es hat sich immer weniger die Situation ergeben, dass Eltern sich zusammenrotten und gemeinsam gegen dich vorgehen oder dich umschiffen, zur Leitung gehen, zur Fachberatung oder zum Träger und irgendwelche Gerüchte erzählen. Wenn ihr sehr nah an den Eltern dran seid, auch hier wieder, früher hatte ich keinen Bock auf Nähe mit den Eltern. Klar, aber wenn ich keine Nähe habe, erfahre ich auch nicht, wie es denen geht und was die so planen. Wenn ich aber nah an denen dran bin, weil ich diese Nähe einfach mag, dann weiß ich ja fast alles und dann wird sowas gar nicht erst entstehen. Ich weiß, das ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber glaubt mir, es ist die nachhaltigste Antwort. Jede andere funktionale Antwort, die ich euch sage, ja, da müsst ihr reingehen und da müsst ihr mal ein Machtwort reden. Achtung, Werkzeug, Machtwort. Könnt ihr ja machen. Es ist aber nicht sehr nachhaltig. Dann rotten die sich wieder zusammen und dann werden die noch stärker und, und, und. Nachhaltigkeit ist ein langer Weg, aber es ist der einzige Weg meines Erachtens nach, um uns langfristig gut zu fühlen mit den Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Eine Frage noch zum Thema Kommunikation mit den Eltern und wie du eine Nachricht formulieren würdest, wenn sozusagen eine Übergabe eigentlich nicht mehr stattfindet, wenn das Kind jedes Mal in eine Minute kommt oder zu spät kommt. Wie würdest du mit den Eltern sprechen? Okay. Vorab nochmal, Anna, lass uns mal ganz kurz eine Zeit für alle festlegen, damit die Planungssicherheit haben und Verlässlichkeit hinsichtlich dessen, wann wir hier enden. Damit die einfach für sich ihren Abend planen können, das Abendbrot mit den Kindern oder der Familie, was auch immer. Wollen wir noch fünf Minuten oder zehn Minuten machen? Was sagst du? Ich würde, also es sind jetzt noch fünf offene Fragen. Oder wollen wir einfach diese fünf Fragen machen und dann? Genau, ich würde die fünf noch probieren zu beantworten. Wenn wir nach fünf bis maximal zehn Minuten feststellen, es ist doch noch was über, dann würde ich die einfach im Nachgang direkt per Mail beantworten. Genau. Perfekt. So, dann habt ihr ein bisschen Planungssicherheit. Also die Frage war, wenn Eltern immer so auf den Punkt kommen, auch beim Abholen, sie kommen genau, die Kita macht um 17 Uhr zu und sie sind um 16.59 Uhr da. Schnell, schnell anziehen, schnell weg. Und dann habe ich ja keine Möglichkeit. Auch hier wieder, es lohnt sich das einfache Gespräch. Ich weiß, das ist so die Lösung, die keiner hören will. Ich sage den Eltern, wissen Sie was, ich suche den Kontakt zu Ihnen und ich möchte Ihnen gerne so viele tolle Dinge erzählen. Ihr Sohn, Ihre Tochter ist so großartig. Die erlebt am Tag so viele wunderschöne Dinge und wir unterstützen sie in dem einen oder anderen Bereich. Und manchmal macht die Dinge, da bin ich komplett fasziniert. Ich würde Ihnen gerne mehr darüber erzählen. Jetzt stimuliere ich das positiv und ich gebe in Aussicht, dass Sie was wirklich Wichtiges verpasst, wenn Sie nicht hin und wieder mal, man kann ja auch sagen, man einigt sich zum Beispiel auf eine Zahl. Versuchen Sie doch ein, zwei oder dreimal in der Woche fünf Minuten früher zu kommen. Dann habe ich einfach die Möglichkeit, Ihnen diese wunderbaren Dinge zu erzählen. Also wir einigen uns darauf. Das klappt meistens sehr, sehr gut. Wir haben ja auch noch die anderen Tools, die hatten wir ja schon, als wir über den Hort geredet haben. So eine Art Übergabebuch und man kann ja auch Zoom-Meetings machen übrigens oder halt über eine App gehen. Wenn wir eine App haben und ich glaube, ihr bietet das ja auch an, dann kann ich natürlich einen Videocall machen mit den Eltern. Und viele sind auch relativ entspannt. Die machen das übers Handy. Das machen die auch manchmal, so während sie gerade irgendwo hinfahren, erfahren sollten sie nicht, aber hingehen oder beim Einkaufen sind oder sowas. Das ist dann, wenn das euch nicht stört, könnt ihr auch sowas dann natürlich nutzen. Also das sind Mechanismen, die können wir nutzen, dass wir auch den Eltern sagen, hey, es geht gar nicht darum, dass ich dir permanent irgendwelche Probleme machen möchte. Ich will auch nicht, dass dein Leben ein Problem wird im Sinne von, dass du jetzt jeden Tag zehn Minuten früher kommen musst. Es wäre nur schön, wenn du es zwei-, dreimal die Woche einfach schaffst. Mal angenommen, wir haben den Fall, wo einer so gar nicht mitspielt. Naja, dann ist genau das, was ihr jetzt schon die ganze Zeit von mir gewohnt seid. Ich mache eine Ansage. Wir haben eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Ich erwarte das von beiden Seiten, von mir und von meinem Gegenüber. Ich mache eine Ansage. Und wenn sie diese Ansage nicht erfüllt, oder die Auflage, die ich erteile, wenn sie der nicht nachkommt, dann ist es nicht die richtige Mutter für unsere Kita. In Deutschland haben wir das Wunsch- und Wahlrecht. Das heißt, die Eltern haben zwar ein Recht auf einen Betreuungsplatz, aber nicht ein Recht auf eine spezielle Kita. Und sie müssen sich die Kita aussuchen. Das ist das Wunsch- und Wahlrecht, das wir in Deutschland haben. Sie suchen sich die Kita aus, die zu ihnen passt. Und Achtung, die Kita sucht sich die Eltern aus. Ja, das mag jetzt mancher einer nicht gerne hören, aber so ist es. Ich suche mir ja auch meine Frau aus. Ja, jetzt kann man auch lachen. Ich nehme ja auch nicht jede. Ich nehme meine Frau, die ist die geilste. Okay, Anna ist bestimmt auch geil, aber meine Frau ist wirklich auch sehr, sehr geil. So, ich will meine Frau. Und genauso mache ich das mit den Eltern. Ich wähle aus, welche Eltern ich in meiner Kita auf Dauer haben möchte. Auf Dauer. Ganz wichtig. Die kommen, oft kennen wir uns noch nicht. Wenn sie sich aber nicht an meine Regeln halten, an meine Werte, an unsere Haltung, an unsere Kommunikationskultur, dann sind sie raus. Punkt. Ja, danke. Ein Hinweis bitte noch, falls jetzt noch Fragen reinkommen, bitte nicht als anonymer Zuschauer reinposten, weil dann kann ich die Fragen nicht beantworten. Also wir sehen jetzt noch einige Fragen reinkommen, die werden wir dann per Mail beantworten. Eine große Frage steht noch im Raum zum Thema Entwicklungsgespräche mit Eltern und wie man die richtig führt. Schön. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch auf einen Blogartikel verweisen, den wir veröffentlicht haben zu dem Thema Kellgespräche, also eher sozusagen schon für die Größeren, aber vielleicht mögst du auch noch mal was kurz dazu sagen. Auch hier, lasst uns gemeinsam einen Schritt zurückgehen und überlegen, worum geht's mir? Nummer eins, was ist eigentlich ein Türenangelgespräch? Wozu dient das Türenangelgespräch? Meines Erachtens nach ist das Türenangelgespräch dazu da, um den Eltern einen Einblick in den pädagogischen Alltag zu gewährleisten, in den pädagogischen Erlebnisalltag ihres Kindes. Wenn ich das also schon getan habe, am besten noch fast täglich oder mindestens ein, zweimal wöchentlich, wieso sollte ich dann in einem Entwicklungsgespräch dasselbe noch mal tun? Wieso sollte ich an einem Elternabend noch mal einen pädagogischen Einblick gewähren? Jetzt merkt ihr auch, warum das bei mir gelingt mit den Erlebniselternabenden und mit diesen Erwachsenenthemen. Ja, wir brauchen keine pädagogischen Themen in einem Elternabend, weil die pädagogischen Themen in den Türenangelgesprächen bereits abgefrühstückt sind. Das ist ein ganz anderer Kontext. Wir haben uns einfach entschieden, nicht dass meine Entscheidung die bessere ist oder die richtigere. Es geht überhaupt nicht um richtig und falsch. Es geht darum, wie wollt ihr es haben? Also, das sind die Türenangelgespräche. Die Entwicklungsgespräche, auch hier würde ich differenzieren. Ist es jetzt ein Entwicklungsgespräch, wo es rein um die Entwicklung des Kindes geht und zwar am besten pädagogisch, also, dass wir den Eltern erzählen, wie erleben wir das Kind im pädagogischen Alltag, in der Selbsterfahrung, in der Selbsterkenntnis und der Selbstentwicklung oder ist es ein Beziehungselterngespräch? Das ist ein ganz anderes Ding, wisst ihr? Das eine, da geht es nur um die Entwicklung des Kindes, das kann ich den Eltern auch sagen. Achtung, es geht hier nur um die Entwicklung des Kindes. Vielleicht gehen wir auch Beobachtungsbögen mit den Eltern dann durch, aber bitte mit einer guten Sprachkultur, nicht einfach so, äh, so und so, äh, so und so, äh, so und so, dann sind die Eltern überhaupt nicht abgeholt, weil Achtung, die Eltern sind zwar Experten für ihre Kinder, aber sie sind oft gar keine pädagogischen Experten, das dürfen wir nicht, das eine mit dem anderen vermischen. Die Eltern haben Ahnung von ihrem Kind, aber sie haben keine Ahnung in den meisten Fällen von Pädagogik, da sind wir die Experten. Oder ist es ein Beziehungsgespräch? Will ich mit den Eltern kein typisches Entwicklungsgespräch? Ich sehe nämlich, dass das Kind manchmal Dinge tut, die ich nicht verstehe. Also brauche ich nicht ein klassisches Entwicklungsgespräch, sondern ich brauche eine Art Beziehungsgespräch. Ich muss an Informationen herankommen, die nichts mit mir zu tun haben, sondern mit dem Lebenskontext der Eltern. Also führe ich eher ein Beziehungsgespräch, das könnt ihr auch nennen, wie ihr wollt, ich nenne es jetzt Beziehungsgespräch. Da geht es null um die Entwicklung des Kindes, sondern es geht darum, wie geht es Ihnen zu Hause, wie läuft es eigentlich, wie läuft es bei Ihnen im Job, erzählen Sie mir mal von der Schwangerschaft, wie war denn das damals, gab es eigentlich auch Probleme während der Schwangerschaft oder in den ersten ein, zwei Jahren, wie geht es Ihrem Mann, also Achtung, die Fragen stellen, womit ihr euch auch wohl fühlt und keine Angst vor grenzüberschreitenden Fragen. Der Gegenüber kann immer sagen, das möchte ich Ihnen nicht sagen und ihr könnt, wenn ihr ja klug seid und gut argumentativ aufgestellt, auch nochmal sagen, ja, ich verstehe, dass Sie darüber nicht sprechen möchten. Allerdings habe ich hier eine Situation, Ihr Kind hat ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann und ich glaube, dieses Verhalten, das kommt von zu Hause und wenn ich ihr zu Hause nicht verstehe, wie kann ich dann Ihrem Kind einfach das geben, was es in dem Moment braucht. Wissen Sie, ich bin jetzt gerade bedürftig, ich komme, ich komme an meine Grenzen, meine pädagogischen Grenzen, ich will es wirklich gut machen für Ihr Kind, ich brauche ein paar mehr Informationen über Sie und Ihr Leben und das hilft mir als Experte zu verstehen, ah, das könnte ein möglicher Grund sein und dann können wir partnerschaftlich Hand in Hand dem Kind das geben, was es braucht. Das ist ein ganz anderer Kontext. Also wichtig, klärt für euch den Kontext, worum geht es in diesen Gesprächen, Elterngespräche, Türenangelgespräche, Entwicklungsgespräche, Elternabende, Elternfeste, worum soll es da gehen und dann verfolgt ihr genau dieses Ziel, aber am besten gut kommuniziert. Also die Eltern wissen schon, worauf sie sich da einlassen, was da passieren wird. Ja, danke, wir haben jetzt noch drei offene Fragen, ich werde die dann persönlich nochmal beantworten, beziehungsweise im Austausch mit dir, das können wir dann per Mail machen. Ja, vielen, vielen Dank für diesen wirklich sehr, sehr ausführlichen Input und diesen großartigen Ritt durch die vielen Vertreter der Kita und der Elternkommunikation. Ja, ich hoffe, dass einige jetzt ein gutes Fundament für dieses fragile Gebäude gefunden haben ins Webinar und möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die rege Teilnahme bedanken und nochmal ganz herzlich an dich auch, Andreas, irgendwie für diesen wirklich tollen Vortrag. Dankeschön. Darf ich noch was sagen? Ja. Achtung, bevor ich jetzt auch Danke sage, kriegt ihr noch einen kleinen Move für euren Werkzeugkasten. Wir hatten eine Art Beschwerdetag. Ich mache ein Beispiel. Wir wollten die ganzen Beschwerden, die die Eltern jeden Tag hatten, und zwar alle, wie allesamt, und die kamen, prasselten alle auf uns ein, haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Wir haben einen Beschwerdetag installiert, und zwar ein Beschwerdefenster. Donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr war ein Raum besetzt mit einer Fachkraft, und das war die Fachkraft, die zuständig war für die Beschwerden oder den Kummer, die Nöte der Eltern. Und dann konnten die sich einmal in der Woche in diesem einen Zeitfenster offiziell beschweren. Und das war für alle Beschwerden, die so keinen Zeitdruck haben. Und sind wir mal ehrlich, 90, 95 Prozent der Beschwerden, die wir bei den Eltern haben, die haben nicht, das gibt es keinen Zeitdruck. Und genau diese Beschwerden, die packen wir da rein, und dadurch wird die ganze Willkommenskultur, das Ankommen und das Wiedergehen, so was von erleichtert, weil alle wissen, wenn was ist, dann kann ich am Donnerstag um 14 oder bis 17 Uhr da hingehen und kann mich offiziell beschweren. Da sitzt jemand und der ist dann auch für mich da. Und das hat ganz viel bei uns bewegt, hat ganz viel Entspannung, auch bei den Kollegen hervorgerufen, weil die Kollegen sagen konnten, Frau Müller, ganz kurz, stopp, ich verstehe gerade, was Sie mir sagen wollen, aber bitte nochmal zur Erinnerung, wir haben Donnerstags den Beschwerdetag. Ich schlage vor, dass Sie am Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr hierher kommen und sich dann offiziell beschweren. Das ist ein gutes Gefühl. Also an der Stelle, lieben Dank euch da draußen, schön, dass ihr alle mit am Start wart. Vielen Dank an Kids Fox dafür, dass ihr das alles organisiert habt. Dass ihr die Leute da draußen so gut unterstützt, auf diese, auf diese tolle Art und Weise mit eurer App, mit euren Funktionen, mit der Software, mit dem reibungslosen, mit der reibungslosen Orga. Das ist ja auch ganz wichtig. Das eine ist ein Werkzeug, das andere ist der Support, der dahinter steht. Und Kids Fox hat einfach einen saugeilen Support. Die sind halt da. Wenn man sie braucht, sind sie da und sie finden sofort eine Lösung. Vielen Dank dafür und euch einen ganz großartigen Abend. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja im Kita-Helden-Universum. Wenn ihr mich sucht, ganz einfach Kita-Helden irgendwo bei Google oder was auch immer eingeben und ihr landet sofort im Kita-Helden-Universum. Und dann machen wir geile Sachen und verändern die Kita-Welt ein Stückchen. Dankeschön. Schönen Abend Ihnen allen. Und ich glaube, wir haben uns jetzt alle ein spätes Eis vielleicht verdient oder ein gutes Getränk. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.